In Stahlgewittern von Ernst Jünger In den Kreidegräben der Champagner Der Zug hielt in Basoncourt einem Städtchen der Champagner. Wir stiegen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen Takten des Walzwerks der Front, einer Melodie, die uns in langen Jahren Gewohnheit werden sollte. Ganz weit zerfloss der weiße Ball eines Schrapnells im grauen Dezemberhimmel. Der Atem des Kampfes wehte herüber und ließ uns seltsam erschauern. Ahnten wir, dass fast alle von uns verschlungen werden sollten an Tagen, in denen das dunkle Murren dahinten aufbrandete zu unaufhörlich rollendem Donner? Der eine früher, der andere später? Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen und waren in den kurzen Ausbildungswochen zu einem großen, begeisterten Körper zusammengeschmolzen. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut. Der Krieg musste es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche. Er schien uns männliche Tat, ein fröhliches Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. Kein schönerer Tod ist auf der Welt. Ach, nur nicht zu Hause bleiben, nur mitmachen dürfen. In Gruppenkolonne antreten. Die erhitzte Fantasie beruhigte sich beim Marsch durch den schweren Lehmboden der Champagner. Tornister, Patronen und Gewehr drückten wie Blei. Kurztreten, aufbleiben da hinten! Endlich erreichten wir das Dorf Oraville, den Ruhrort des Fusilierregiments 73, eins der ärmlichen Nester jener Gegend, gebildet durch 50 Häuschen aus Ziegel oder Kreidestein um einen parkumschlossenen Herrensitz. Das Treiben auf der Dorfstraße bot den an die Ordnung der Städte gewöhnten Augen einen fremden Anblick dar. Man sah nur wenige scheue und zerlumpte Zivilisten, überall Soldaten in abgetragenen, zerschlissenen Röcken, mit wettergegerbten, meist von großen Bärten umrahmten Gesichtern, die langsamen Schrittes dahin schlenderten oder in kleinen Gruppen vor den Türen der Häuser standen und uns Neulinge mit Scherzrufen empfingen. In einem Torweg glühte eine nach Erbsensuppe duftende Feldküche von Kochgeschirr klappernden Essenholern umringt. Es schien, als triebe das Leben hier ein wenig dumpfer und langsamer. Der Eindruck wurde durch den beginnenden Verfall des Dorfes noch vertieft. Nachdem wir die erste Nacht in einer gewaltigen Scheune verbracht hatten, wurden wir im Hofe des Schlosses vom Regimentsadjutanten, dem Oberleutnant von Brixen, eingeteilt. Ich kam zur neunten Kompanie. Unser erster Kriegstag sollte nicht vorübergehen, ohne uns einen entscheidenden Eindruck zu hinterlassen. Wir saßen in der uns zur Unterkunft angewiesenen Schule und frühstückten. Plötzlich dröhnte eine Reihe dumpfer Erschütterungen in der Nähe, während aus allen Häusern Soldaten dem Dorfeingang zustürzten. Wir folgten ihrem Beispiel, ohne recht zu wissen, warum. Wieder ertönte ein eigenartiges, nie gehörtes Flattern und Rauschen über uns und ertrank in polternem Krachen. Ich wunderte mich, dass die Leute um mich her sich mitten im Lauf wie unter einer furchtbaren Drohung zusammenduckten. Das Ganze erschien mir etwas lächerlich, etwa so, als ob man Menschen Dinge treiben sähe, die man nicht recht versteht. Gleich darauf erschienen dunkle Gruppen auf der menschenleeren Dorfstraße, in Zeltbahnen oder auf den verschränkten Händen schwarze Bündel schleppend. Mit einem merkwürdig beklommenen Gefühl der Unwirklichkeit starrte ich auf eine blutüberströmte Gestalt mit lose am Körper herabhängendem und seltsam abgeknickten Bein, die unaufhörlich ein heiseres »Zuhilfe« hervorstieß, als ob ihr der jehe Tod noch an der Kehle säße. Sie wurde in ein Haus getragen, von dessen Eingang die rote Kreuzflagge herabwehte. Was war das nur? Der Krieg hatte seine Krallen gezeigt und die gemütliche Maske abgeworfen. Das war so rätselhaft, so unpersönlich. Kaum, dass man dabei an den Feind dachte, dieses geheimnisvolle, tückische Wesen irgendwo dahinten. Das völlig außerhalb der Erfahrung liegende Ereignis machte einen so starken Eindruck, dass es Mühe kostete, die Zusammenhänge zu begreifen. Es war wie eine gespenstische Erscheinung im heilen Mittagslicht. Eine Granate war oben am Portal des Schlosses krepiert und hatte eine Wolke von Steinen und Sprengstücken in den Eingang geschleudert, gerade als die durch die ersten Schüsse aufgeschreckten Insassen aus dem Torweg strömten. Sie erschlug 13 Opfer, darunter den Musikmeister Gebhardt, eine mir von den hannoverschen Promenadekonzerten her wohlbekannte Gestalt. Ein angebundenes Pferd witterte die Gefahr eher als die Menschen, riss sich wenige Sekunden vorher los und galoppierte, ohne verletzt zu werden, in den Schlosshof hinein. Obwohl die Beschießung sich in jedem Augenblick wiederholen konnte, zog mich das Gefühl einer zwingenden Neugier an den Unglücksort. Neben der Stelle, die die Granate getroffen hatte, baumelte ein Schildchen, auf das die Hand eines Spaßvogels die Worte zur Granatecke geschrieben hatte. Das Schloss war also schon als gefährlicher Ort bekannt. Die Straße war von großen Blutlachen gerötet, durchlöcherte Helme und Koppel lagen umher. Die schwere Eisentür des Portals war zerfetzt und von Sprengstücken durchsiebt, der Prellstein mit Blut bespritzt. Ich fühlte meine Augen wie durch einen Magneten an diesen Anblick geheftet. Gleichzeitig ging eine tiefe Veränderung in mir vor. Im Gespräch mit meinen Kameraden merkte ich, dass dieser Zwischenfall manchem die Kriegsbegeisterung bereits sehr gedämpft hatte. Dass er auch auf mich stark gewirkt hatte, bewiesen zahlreiche Gehörtäuschungen, die mir das Rollen jedes vorüberfahrenden Wagens in das fatale Flattern der Unglücksgranate verwandelten. Das sollte uns übrigens durch den ganzen Krieg begleiten, dieses Zusammenfahren bei jedem plötzlichen und unerwarteten Geräusch. Ob ein Zug vorüberrasselte, ein Buch zu Boden fiel, ein nächtlicher Schrei erscholl, immer stockte der Herzschlag für einen Augenblick unter dem Gefühl einer großen und unbekannten Gefahr. Es war ein Zeichen dafür, dass man vier Jahre lang im Schlagschatten des Todes stand. So tief wirkte das Erlebnis in dem dunklen Land, das hinter dem Bewusstsein liegt, dass bei jeder Störung des Gewöhnlichen der Tod als mahnender Pförtner in die Tore sprang, wie bei jenen Uhren, über deren Zifferblatt er zu jeder Stunde mit Sandglas und Hippe erscheint. Am Abend desselben Tages kam der lang ersehnte Augenblick, in dem wir, schwer bepackt, zur Kampfstellung aufbrachen. Durch die fantastisch aus dem halbdunkel ragenden Ruin des Dorfes Betrikur führte unser Weg nach einem einsamen, in Tannenwaldungen versteckten Forsthause, der Fasanerie, wo die Regimentsreserve lag, der bis zu dieser Nacht auch die 9. Kompanie zugeteilt war. Ihr Führer war der Leutnant Brahms. Wir wurden in Empfang genommen, auf die Gruppen verteilt und befanden uns bald im Kreise bärtiger, lehmbekrusteter Gesellen, die uns mit einem gewissen ironischen Wohlwollen begrüßten. Wir wurden gefragt, wie es in Hannover aussehe und ob der Krieg denn noch nicht bald zu Ende gehen sollte. Dann drehte sich das Gespräch, dem wir gierig lauschten, in eintöniger Kürze um Schanzen, Feldküche, Grabenstücke, Granatbeschuss und andere Angelegenheiten des Stellungskrieges. Nach einiger Zeit erscholl vor der Tür unserer hüttenartigen Unterkunft der Ruf »Heraustreten«. Wir traten bei unseren Gruppen an und stießen auf das Kommando »Laden und sichern« mit geheimer Wolllust einen Rahmen scharfer Patronen ins Magazin. Dann ging es schweigend, Mann hinter Mann, querbeet durch die nächtliche, mit dunklen Waldstücken beseete Landschaft nach vorn. Ab und zu verhallte ein einsamer Schuss oder eine Rakete strahlte zischend auf, um nach kurzer, geisterhafter Beleuchtung eine noch tiefere Dunkelheit zu hinterlassen. Eintöniges Klappern von Gewehr und Schanzzeug durch den Warnruf »Achtung, Draht« unterbrochen. Dann plötzlich ein klirrender Sturz und ein Fluch. »Verdammt, reiß doch das Maul auf, wenn ein Trichter kommt!« Ein Korporal mischt sich ein. »Ruhr zum Donnerwetter! Sie glauben wohl, der Franzmann hat Dreck in den Ohren!« Es geht schneller voran. Die Ungewissheit der Nacht, das Flimmern der Leuchtkugeln und das langsame Flackern des Gewehrfeuers rufen eine Erregung hervor, die seltsam wach erhält. Zuweilen sinkt kühl und dünn ein blindlings abgefeuertes Geschoss vorbei, um sich im Fernen zu verlieren. Wie oft bin ich nach diesem ersten Male in halb melancholischer, halb erregter Stimmung durch ausgestorbene Landschaften zur vorderen Linie geschritten. Endlich verschwanden wir in einem der Laufgräben, die sich wie weiße Schlangen durch die Nacht zur Stellung wandten. Dort fand ich mich einsam und fröstelnd zwischen zwei Schulterwehren wieder, angestrengt in eine vorm Graben liegende Tannenreihe starrend, in der meine Fantasie mir allerhand Schattengestalten vorgaukelte, während ab und zu eine verirrte Kugel durchs Geäst klatschte und sich trillernd überschlug. Die einzige Abwechslung in dieser schier endlosen Zeit bestand darin, dass ich von einem älteren Kameraden abgeholt wurde und mit ihm durch einen langen, schmalen Gang zu einem vorgeschobenen Postenloch trottete, in dem wir wiederum damit beschäftigt waren, das Vorgelände zu betrachten. Zwei Stunden durfte ich in einem kahlen Kreideloch versuchen, den Schlaf der Erschöpfung zu finden. Als der Morgen graute, war ich bleich und lehm beschmiert wie die anderen. Es war mir, als hätte ich dieses Maulwurfsleben schon monatelang geführt. Die Stellung des Regiments wandte sich durch den Kreideboden der Champagne gegenüber dem Dorfe Legouda. Sie lehnte sich rechts an ein zerhacktes Waldstück, den Granatwald, lief dann im Zickzack durch riesige Zuckerrübenfelder, aus denen die roten Hosen gefallener Stürmer leuchteten und endete in einem Bachgrund, über den die Verbindung mit dem Regiment 74 durch nächtliche Streifen aufrechterhalten wurde. Der Bach rauschte über das Wehr einer zerstörten, von finsteren Bäumen umringten Mühle. Seine Wasser bespülten seit Monaten Tote eines französischen Kolonialregiments mit Gesichtern wie aus schwarzem Pergament. Ein unheimlicher Aufenthalt, wenn nachts der Mond durch zerrissene Wolken wechselnde Schatten warf und seltsame Laute in das Murmeln des Wassers und das Rascheln des Schilfes sich zu mischen schienen. Der Dienst war anstrengend. Das Leben begann mit dem Einbruch der Dämmerung, während der die ganze Besatzung im Graben stehen musste. Von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens durften dann je zwei Mann von jeder Gruppe schlafen, sodass man einen Nachtschlaf von zwei Stunden genoss, der jedoch durch früheres Wecken, Stroh holen und andere Beschäftigungen meist auf wenige Minuten zusammenschmolz. Entweder man hatte Wache im Graben oder man zog in eins der zahlreichen Postenlöcher, die mit der Stellung durch lange, ausgehobene Verbindungswege zusammenhingen. Eine Art der Sicherung, die wegen der gefährdeten Lage der Posten im Laufe des Stellungskrieges bald aufgegeben wurde. Diese endlosen, ermüdenden Nachtwachen waren bei klarem Wetter und selbst bei Frost noch erträglich. Sie wurden jedoch qualvoll, wenn es, wie meist im Januar, regnete. Wenn die Feuchtigkeit erst die über den Kopf gezogene Zeltbahn, dann Mantel und Uniform durchdrang und stundenlang am Körper herunterrieselte, geriet man in eine Stimmung, die selbst durch das Rauschen der heranwartenden Ablösung nicht erhellt werden konnte. Die Morgendämmerung beleuchtete, erschöpfte, kreidebeschmierte Gestalten, die sich zähneklappernd mit bleichen Gesichtern auf das faule Stroh der tropfenden Unterstände warfen. Diese Unterstände. Es waren nach dem Graben zu offene, in die Kreide gehauene Löcher mit einer Lage von Brettern und einigen Schaufeln Erde bedeckt. Hatte es geregnet, so tropften sie noch tagelang nachher. Ein gewisser Geigenhumor hatte sie deshalb mit entsprechenden Schildern wie Tropfsteinhöhle, zum Männerbad und Ähnlichen gekennzeichnet. Wollten mehrere darin der Ruhe pflegen, so waren sie gezwungen, ihre Beine als unfehlbare Fußangeln für jeden Vorübergehenden in den Graben zu legen. Unter diesen Umständen konnte auch tagsüber von Schlaf wenig die Rede sein. Außerdem mussten wir noch zwei Stunden Tagesposten stehen, den Graben reinigen, Essen, Kaffee, Wasser holen und anderes mehr. Man wird begreifen, dass dieses ungewohnte Leben uns sehr hart ankam, besonders, da den meisten von uns wirkliche Arbeit bislang nur dem Namen nach bekannt gewesen war. Dazu kam, dass wir hier draußen keineswegs mit der Freude empfangen wurden, die wir erwartet hatten. Die alten Leute nahmen vielmehr jede Gelegenheit wahr, uns ordentlich hochzunehmen, und jeder lästige und unerwartete Auftrag wurde selbstverständlich den Kriegsmutwilligen zugeteilt. Dieser noch aus den Kasernen in den Krieg mitgenommene Brauch, der nicht dazu beitrug, unsere Laune zu verbessern, verlor sich übrigens nach der ersten gemeinsam bestandenen Schlacht, nach der wir uns nun selbst als alte Männer betrachteten. Die Zeit, in der die Kompanie in Reserve lag, war nicht viel gemütlicher. Wir hausten dann bei der Fasanerie oder im Hillerwäldchen in tannenzweiggedeckten Erdhütten, deren mistbepackter Boden wenigstens eine angenehme Gärungswärme ausstrahlte. Manchmal erwachte man in einer zolltiefen Wasserpfütze. Obwohl ich den »Reiß mich tüchtig« bislang nur dem Namen nachgekannt hatte, spürte ich schon nach wenigen Tagen dieser dauernden Durchnässung Schmerzen in allen Gelenken. Im Traume hatte ich ein Gefühl, als ob eiserne Kugeln in den Gliedern auf- und abwanderten. Die Nächte dienten auch hier nicht dem Schlaf, sondern wurden dazu benutzt, die zahlreichen Annäherungsgräben zu vertiefen. In der völligen Finsternis musste man sich, wenn der Franzmann nicht gerade leuchtete, mit nachtwandlerischer Sicherheit an die Fersen des Vordermannes heften, wenn man nicht den Anschluss verlieren und stundenlang im Grabengewirr umherirren wollte. Der Boden war übrigens leicht zu bearbeiten. Nur eine dünne Lehm- und Humusdecke verbarg die mächtige Kreideschicht, deren weiches Gefüge die Beilpicke mühelos durchschnitt. Zuweilen sprühten grüne Funken auf, wenn der Stahl auf einen der im Gestein verstreuten, faustgroßen Eisenkieskristalle traf. Sie bestanden aus vielen, zu einer Kugel zusammengeballten Würfeln und wiesen aufgeschlagen einen strahligen Goldglanz auf. Ein Lichtblick in diesem öden Einerlei war die allabendliche Ankunft der Feldküche an der Ecke des Hillerwäldchens, wo sich bei der Öffnung des Kessels ein köstlicher Duft nach Erbsen mit Speck oder anderen herrlichen Sachen verbreitete. Aber auch hier gab es einen dunklen Punkt. Das Dörrgemüse, von enttäuschten Feinschmeckern, Drahtverhau oder Flurschaden geschmäht. Unter dem 6. Januar finde ich sogar in meinem Tagebuch die erboste Bemerkung, abends kam die Feldküche angewackelt und brachte einen Sauffraß, wahrscheinlich aus erfrorenen Schweinerüben, zusammengekocht. Dagegen steht unter dem 14. der begeisterte Ausruf, »Köstliche Erbsensuppe, köstliche Vierportionen, Qualen der Sättigung.« Wir machten Preisessen und stritten uns darüber, in welcher Lage man am meisten verdrücken könne. Ich war für die Stehende. Reichlich verteilt wurde ein blassroter Schnaps, der in Kochgeschirrdeckeln empfangen wurde und stark nach Spiritus schmeckte, doch bei der kalten und feuchten Witterung nicht zu verachten war. Ebenso kam Tabak nur in den kräftigeren Sorten, aber in Mengen zur Ausgabe. Das Bild des Soldaten, wie es aus diesen Tagen im Gedächtnis haftet, ist das des Postens, der mit dem spitzen, grau bezogenen Helm die Fäuste in die Taschen des langen Mantels vergraben, hinter der Schießscharte steht und den Rauch seiner Pfeife über den Gewehrkolben bläst. Am angenehmsten waren die Ruhetage in Oranville, die mit Ausschlafen, Reinigen der Sachen und Exerzieren verbracht wurden. Die Kompanie hauste in einer gewaltigen Scheune, die nur zwei Hühnerleiterartige Treppen als Ein- und Ausgang hatte. Obwohl das Gebäude noch mit Stroh gefüllt war, standen Öfen darin. Eines Nachts rollte ich gegen den einen und erwachte erst infolge der Bemühungen einiger Kameraden, die mich kräftigen Löschversuchen unterzogen. Mit Schrecken gewahrte ich, dass meine Uniform am Rücken arg verkohlt war, sodass ich längere Zeit in einem frackartigen Anzug umherlaufen musste. Nach kurzem Aufenthalt beim Regiment hatten wir gründlich die Illusionen verloren, mit denen wir ausgezogen waren. Statt der erhofften Gefahren hatten wir Schmutz, Arbeit und schlaflose Nächte vorgefunden, deren Bezwingung ein uns wenig liegendes Heldentum erforderte. Schlimmer noch war die Langeweile, die für den Soldaten entnervender als die Nähe des Todes ist. Wir hofften auf einen Angriff. Allein wir hatten für unser Erscheinen jene ungünstigste Zeit gewählt, in der jede Bewegung zum Erstarren gekommen war. Auch die kleinen taktischen Unternehmungen waren in demselben Maße eingestellt, in dem der Ausbau der Gräben sich gefestigt und das Feuer des Verteidigers an vernichtender Kraft gewonnen hatte. Einige Wochen vor unserem Eintreffen hatte noch eine einzelne Kompanie nach schwacher Artillerievorbereitung einen dieser Teilangriffe über einen Streifen von wenigen hundert Metern hinweg gewagt. Die Franzosen hatten die Angreifer, von denen nur einzelne bis an ihre Drähte kamen, wie auf einem Schießplatz zur Strecke gebracht. Die wenigen Überlebenden erwarteten, in Löchern verborgen die Nacht, um unter dem Schutze der Dunkelheit in die Ausgangsstellung zurückzukriechen. Die dauernde Überanstrengung der Mannschaft beruhte auch darauf, dass der Führung der Stellungskrieg, in dem es galt, mit den Kräften in anderer Weise Haus zu halten, noch eine neuartige und unerwartete Erscheinung war. Die ungeheure Postenzahl und die ununterbrochene Schanzarbeit waren zum größten Teil unnötig und sogar schädlich. Nicht auf gewaltige Verschanzungen kommt es an, sondern auf den Mut und die Frische der Männer, die dahinter stehen. Die immer tiefere Führung der Gräben ersparte vielleicht manchen Kopfschuss, bildete aber zugleich jenes Haften an den Verteidigungsanlagen und einen Anspruch auf Sicherheit aus, auf den man später nur ungern verzichtete. Auch wurden die Anstrengungen, die man auf die Erhaltung der Werke zu richten hatte, immer umfassender. Der unangenehmste Fall, der eintreten konnte, bestand im Einsetzen von Tauwetter, das die durch den Frost aufgesprengten Kreidewände der Gräben zu breiartigen Massen zusammensinken ließ. Wohl hörten wir im Graben Geschosse pfeifen, bekamen auch ab und zu einige Granaten von den Rainser vor. Aber diese kleinen kriegerischen Ereignisse blieben weit hinter unseren Erwartungen zurück. Trotzdem wurden wir manchmal an den blutigen Ernst gemahnt, der hinter diesem scheinbar absichtslosen Geschehen lauerte. So schlug am 8. Januar eine Granate in die Fasanerie und tötete unseren Bataillonsadjutanten, den Leutnant Schmidt. Es hieß übrigens, dass der französische Artilleriekommandeur der die Beschießung leitete, der Besitzer dieses Jagdhauses sei. Die Artillerie stand noch dicht hinter den Stellungen. Sogar in die vordere Linie war ein Feldgeschütz eingebaut und notdürftig unter Zeltbahnen versteckt. Während einer Unterhaltung, die ich mit den Pulverköpfen führte, hörte ich zu meiner Verwunderung, dass das Pfeifen der Gewehrgeschosse sie weit stärker als der Einschlag von Granaten beunruhigte. So ist es überall. Die Gefahren des eigenen Berufes kommen uns sinnvoller und weniger schrecklich vor. Zu Beginn des 27. Januar, um Mitternacht, brachten wir dem Kaiser zu Ehren drei Hurras aus und stimmten auf der langen Front ein Heil dir im Siegerkranz an. Die Franzosen antworteten mit Gewehrfeuer. In diesen Tagen hatte ich ein unangenehmes Erlebnis, das meine militärische Laufbahn fast zu einem vorzeitigen und unrühmlichen Abschluss gebracht hätte. Die Kompanie lag am linken Flügel und ich musste gegen Morgen, nach durchwachter Nacht, mit einem Kameraden in den Bachgrund auf Doppelposten ziehen. Ich hatte der Kälte wegen verbotener Weise meine Decke um den Kopf geschlagen und lehnte an einem Baum, nachdem ich mein Gewehr neben mich in einen Busch gestellt hatte. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch, griff nach der Waffe. Sie war verschwunden. Der Offizier vom Dienst hatte sich an mich herangeschlichen und sie unbemerkt an sich genommen. Um mich zu bestrafen, schickte er mich nur mit einer Beilpicke bewaffnet in der Richtung auf die französischen Postierungen ungefähr 100 Meter weit vor. Eine Indianer-Idee, die mich beinahe ums Leben gebracht hätte. Während meiner merkwürdigen Strafwache schlich nämlich eine Streife von drei Kriegsfreiwilligen durch den breiten Schilfgürtel am Bachrande vor und rauschte dabei so unbekümmert in den hohen Halm, dass sie sogleich von den Franzosen bemerkt und beschossen wurde. Einer von ihnen, namens Lang, wurde getroffen und nie wieder gesehen. Da ich ganz in der Nähe stand, bekam ich auch meinen Teil von den damals so beliebten Gruppensalven ab, sodass mir die Zweige des Weidenbaumes, an dem ich stand, um die Ohren pfiffen. Ich biss die Zähne zusammen und blieb aus Trotz stehen. Bei Beginn der Dämmerung wurde ich zurückgeholt. Wir waren alle herzlich froh, als wir hörten, dass wir diese Stellung endgültig verlassen sollten und feierten unseren Abschied von Oranville durch einen kräftigen Bierabend in der großen Scheune. Am 4. Februar 1915 marschierten wir, von einem sächsischen Regiment abgelöst, nach Bazancourt zurück. Von Bazancourt bis Attant-Châtel. In Bazancourt, einem öden Champagnerstädtchen, wurde die Kompanie in der Schule einquartiert, die infolge des erstaunlichen Ordnungssinnes unserer Leute in kurzer Zeit das Aussehen einer Friedenskaserne gewann. Da gab es einen Unteroffizier vom Dienst, der morgens pünktlich weckte, Stubendienst und allabendliche Appelle durch die Korporalschaftsführer. Jeden Morgen rückten die Kompanien aus, um auf den umliegenden Ödfeldern einige Stunden stramm zu exerzieren. Diesem Dienstbetrieb wurde ich nach wenigen Tagen entzogen. Mein Regiment entsandte mich zu einem Ausbildungslehrgang nach Rekouvrance. Rekouvrance war ein entlegenes, in lieblichen Kreidehügeln verstecktes Dörfchen, in dem sich aus allen Regimentern unserer Division eine Anzahl von jungen Leuten versammelte, um unter Führung ausgesuchter Offiziere und Unteroffiziere in den militärischen Dingen gründlich geschult zu werden. Wir 73er hatten in dieser Beziehung, und nicht nur in ihr, dem Leutnant Hoppe viel zu verdanken. Das Leben in diesem weltabgeschiedenen Neste setzte sich aus einer merkwürdigen Mischung von Kasernendrill und akademischer Freiheit zusammen, die sich daraus erklärte, dass der überwiegende Teil der Mannschaft noch vor wenigen Monaten die Hörsäle und Institute der deutschen Universitäten bevölkert hatte. Tagsüber wurden die Zöglinge nach allen Regeln der Kunst zu Soldaten geschliffen. Abends versammelten sie sich mit ihren Lehrern um riesige, aus der Marke Tenderei Montcornet herbeigeschaffte Fässer, um in ebenso gründlicher Weise zu zechen. Wenn in den Morgenstunden die verschiedenen Abteilungen aus ihren Kneiplokalen strömten, hatten die kleinen Kreidesteinhäuser den ungewohnten Anblick eines studentischen Walpurgestreibens. Unser Kursusleiter, ein Hauptmann, hatte übrigens die erzieherische Gewohnheit, den Dienst an den darauf folgenden Vormittagen mit doppeltem Eifer zu handhaben. Einmal blieben wir sogar gleich 48 Stunden im Gang, und zwar aus folgendem Grunde. Wir hatten die respektvolle Gewohnheit, unserem Hauptmann nach Beendigung der Kneipe ein sicheres Geleit zu seinem Quartier zu stellen. Eines Abends nun wurde ein gottlos versoffener Geselle, der mich an den Magister Laukhardt erinnerte, mit dieser wichtigen Aufgabe betraut. Er kam bald wieder und meldete freudestrahlend, dass er den Alten statt im Bett im Kuhstall abgeladen habe. Die Strafe ließ nicht lange auf sich warten. Als wir gerade in den Quartieren angekommen waren und uns hinlegen wollten, wurde vor der Ortswache Alarm getrommelt. Fluchend schnallten wir um und rannten zum Alarmplatzer. Dort stand schon der Alte in denkbar schlechter Laune und entfaltete eine ungemeine Tätigkeit. Er begrüßte uns mit dem Zuruf Feueralarm, die Wache brennt. Vor den Augen der erstaunten Ortsbewohner wurde die Feuerspritze aus dem Spritzenhause gerollt, der Schlauch angeschraubt und die Wache mit kunstvollen Strahlenwürfen überschwemmt. Auf einer Steintreppe stand der Alte mit ständig wachsendem Grimm, leitete die Übung und spornte durch Zurufe von oben zu ununterbrochener Tätigkeit an. Zuweilen verdonnerte er irgendeinen Soldaten oder Zivilisten, der seinen Zorn besonders erregte und gab Befehl, ihn auf der Stelle abzuführen. Die Unglücklichen wurden schleunigst hinter das Haus geschleppt und so seinen Blicken entzogen. Als der Morgen graute, standen wir noch immer mit wankenden Knien hinter den Pumpenarmen. Endlich durften wir wegtreten, um uns zum Exerzieren fertig zu machen. Als wir den Exerzierplatz erreichten, war der Alte bereits zur Stelle. Rasiert, munter und frisch, um sich mit ganz besonderer Inbrunst unserer Ausbildung zu widmen. Unser Verkehr untereinander war sehr kameradschaftlich. Hier knüpfte ich eine enge Freundschaft, die sich auf vielen Schlachtfeldern befestigen sollte, mit so manchem hervorragenden jungen Menschen an, so mit Clement, der bei Monchi, mit dem Maler Tebbe, der bei Combré, mit den Brüdern Steinfurt, die an der Somme fallen sollten. Wir wohnten zu dritt oder vier zusammen und führten gemeinsame Wirtschaft. Besonders ist mir noch unser regelmäßiges Abendessen von Rührei und Bratkartoffeln in guter Erinnerung. Sonntags leisteten wir uns landesübliche Kaninchen oder einen Hahn. Da ich den Einkauf für den Abendtisch besorgte, legte mir unsere Wirtin einmal eine Anzahl von Bons vor, die sie von requirierenden Soldaten erhalten hatte. Eine Blütenlese des Volkshumors, meist des Inhalts, das der Fusilier N.N., der Tochter des Hauses, Liebenswürdigkeiten erwiesen und zur Stärkung zwölf Eier requiriert habe. Die Einwohner wunderten sich sehr, dass wir als einfache Soldaten alle mehr oder minder geläufig Französisch sprachen. Manchmal ergaben sich daraus ganz witzige Zwischenfälle. So saß ich eines Morgens mit Clement beim Dorfbabier, als einer von den Wartenden dem Barbier, der Clement gerade unter dem Messer hatte, im dumpfen Dialekt der Champagnebauern zurief, «Eh, coupe la gorge avec!» und sich dabei mit der gestreckten Handkante über den Hals strich. Zu seinem Entsetzen antwortete Clement gleichmütig «Quant à moi, j'aimerais mieux la garder!» und bewies so jene Ruhe, die dem Krieger wohl ansteht. Mitte Februar wurden wir 73er durch die Nachricht der großen Verluste unseres Regiments bei Pert überrascht und waren betrübt darüber, dass wir diese Tage fern von unseren Kameraden verbracht hatten. Die erbitterte Verteidigung des Regimentsabschnitts im Hexenkessel trug uns den Ehrennamen der Löwen von Pert ein, der uns an alle Abschnitte der Westfront begleitete. Außerdem waren wir bekannt als Les Gibraltars wegen der blauen Gibraltar-Binde, die wir zur Erinnerung an unser Stammregiment, das Hannoverische Garde-Regiment, trugen, das diese Festung von 1779 bis 1783 gegen die Franzosen und Spanier verteidigte. Die Unglücksbotschaft erreichte uns mitten in der Nacht, als wir unter dem Vorsitz des Leutnants Hoppe die übliche Tafel hielten. Einer der Zechgenossen, der Lange Behrens, eben jener, der den Alten im Stall abgeliefert hatte, wollte sich nach dem ersten Schrecken, weil ihm das Bier nicht mehr schmecke, verabschieden. Hoppe hielt ihn jedoch zurück mit der Bemerkung, dass dies soldatischem Brauche nicht angemessen sei. Hoppe hatte recht. Er selbst fiel einige Wochen später bei Lesepage vor der Schützenlinie seiner Kompanie. Am 21. März kamen wir nach einem kleinen Examen zum Regiment zurück, das wieder in Bazancourt lag. Es schied in den Tagen nach der großen Parade und einer Abschiedsansprache des Generals von Emmich aus dem Verbande des 10. Korps. Wir wurden am 24. März verladen und fuhren bis in die Gegend von Brüssel, wo wir mit den Regimentern 76 und 164 zur 111. Infanteriedivision zusammengestellt wurden, in deren Verbände wir den Krieg bis zum Ende erleben sollten. Unser Bataillon wurde in dem Städtchen Irin untergebracht, inmitten einer Landschaft von flämischer Behaglichkeit. Am 29. März verlebte ich hier recht glücklich meinen 20. Geburtstag. Obwohl die Belgier in ihren Häusern genügend Platz hatten, wurde unsere Kompanie in eine große, zugige Scheune gesteckt, durch die während der kalten Märznächte der raue Seewind jener Gegend pfiff. Sonst bot uns der Aufenthalt in Irin eine gute Erholung dar. Es wurde zwar viel exerziert, doch gab es auch gute Verpflegung und Lebensmittel für geringes Geld. Die halb aus Flamen, halb aus Wallonen bestehende Bevölkerung war sehr freundlich zu uns. Ich unterhielt mich oft mit dem Besitzer eines Estaminé, einem eifrigen Sozialisten und Freigeist, von denen es in Belgien eine ganz besondere Sorte gibt. Er lud mich am Ostersonntag zum Festmahl ein und ließ sich nicht einmal bewegen, für seine Getränke Geld anzunehmen. Wir hatten allebald unsere Bekanntschaften geschlossen und schlenderten an den freien Nachmittagen nach diesem oder jenem der weit in der Landschaft verstreuten Gehöfte, um uns in den blitzblank gescheuerten Küchen um einen der niedrigen Öfen zu setzen, auf deren kreisförmiger Platte der große Kaffeetopf stand. Die gemütliche Unterhaltung wurde auf Flämisch und Niedersächsisch geführt. Gegen Ende unseres Aufenthalts wurde das Wetter schön und lud zu Spaziergängen in der lieblichen, wasserreichen Umgebung ein. Die Landschaft, in der sich über Nacht die gelben Sumpfdotterblumen entfaltet hatten, war malerisch verziert durch die vielen entkleideten Kriegsleute, die, ihre Wäsche auf dem Schoß, längs der Pappel umsäumten Bachufer eifrig der Läusejagd oblagen. Von dieser Plage bislang ziemlich verschont geblieben, war ich indessen meinem Kriegskameraden Priebke, einem Hamburger Exportkaufmann, behilflich, in seine wollende Weste, die bevölkert war, wie Weiland das Habit des abenteuerlichen Simplicissimus, zur gründlichen Abtötung einen schweren Stein zu wickeln und sie in einen Bach zu versenken. Da unser Aufbruch von Irin sehr plötzlich erfolgte, wird sie dort wohl in ungestörter Ruhe vermodert sein. Am 12. April 1915 wurden wir in Elf verladen und fuhren, um Spione zu täuschen, auf einem weiten Umweg über den Nordflügel der Front in die Gegend des Schlachtfeldes von Mars-la-Tour. Die Kompanie bezog ihr gewohntes Scheunenquartier im Dorfe Tronville, einem der üblichen langweiligen, aus flachdächrigen, fensterlosen Steinkästen zusammengewürfelten lothringischen Drecknester. Der Fliegerwegen mussten wir uns meist in dem überfüllten Ort aufhalten. Wir besuchten jedoch einige Male die berühmten, ganz in der Nähe liegenden Städten von Mars-la-Tour und Gravelotte. Wenige hundert Meter vom Dorfe wurde die Straße nach Gravelotte von der Grenze geschnitten, an der der französische Grenzpfahl zerschmettert am Boden lag. Abends machten wir uns oft das wehmütige Vergnügen eines Spazierganges nach Deutschland. Unsere Scheune war so baufällig, dass man balancieren musste, um nicht durch die morschen Bretter auf die Tenne zu stürzen. An einem Abend, als unsere Gruppe gerade unter Vorsitz ihres biederen Korporals Kerkhoff beschäftigt war, auf einer Krippe die Portion zu teilen, löste sich ein ungeheurer Eichklotz aus dem Gebälk und stürzte krachend herunter. Zum Glück klemmte er sich dicht über unseren Köpfen zwischen zwei Lehmwände. Wir kamen mit dem Schrecken davon, nur unsere schöne Fleischportion lag unter dem aufgewirbelten Schutt. Kaum waren wir nach diesem bösen Vorzeichen ins Stroh gekrochen, als an das Tor gedonnert wurde und die alarmierende Stimme des Feldwebels uns vom Lager trieb. Zuerst, wie immer bei solchen Überraschungen ein Augenblick der Stille. Dann wirre es durcheinander und gepolter. Mein Helm! Wo ist mein Brotbeutel? Ich krieg meine Stiefel nicht an! Du hast meine Patronen geklaut! Holt Moll, du August! Zuletzt war doch alles fertig und wir marschierten zum Bahnhof von Chamblais, von wo wir in einigen Minuten mit der Bahn bis Pagny Seu-Moselle fuhren. In den Morgenstunden erklommen wir die Moselhöhen und blieben in Prigny, einem zauberhaften, von einer Burgruine überragten Bergdorfe. Diesmal stellte sich unsere Scheune als ein mit duftendem Bergheu gefüllter Steinbau heraus, durch dessen Luken wir auf die weinbepflanzten Moselberge und das im Tal gelegene Städtchen Pagny blicken konnten, das oft mit Granaten und Fliegerbomben belegt wurde. Einige Male schlugen turmhohe Wassersäulen hochschleudernde Geschosse in die Mosel ein. Das warme Frühlingswetter wirkte belebend auf uns und reizte in den Freistunden zu langen Spaziergängen in das prächtige Hügelland. Wir waren so übermütig, dass wir abends noch einige Zeit unsere Späße trieben, bevor alles zur Ruhe kam. Unter anderem war es ein beliebter Scherz, Schnarchern aus einer Feldflasche Wasser oder Kaffee in den Mund zu gießen. Am Abend des 22. April marschierten wir von Pruny ab, legten über 30 Kilometer bis zum Dorfe Aton-Châtel zurück, ohne trotz dem schweren Gepäck einen Marschkranken zu haben und schlugen rechts von der berühmten Grande Tranchée mitten im Walde Zelte auf. Aus allen Anzeichen war zu ersehen, dass wir am nächsten Tag ins Gefecht kommen würden. Wir empfingen Verbandpäckchen, zweite Fleischbüchsen und Signalflaggen für die Artillerie. Am Abend saß ich noch lange in jener ahnungsvollen Stimmung, von der die Krieger aller Zeiten zu erzählen wissen, auf einem von blauen Anemonen umwucherten Baumstumpf, ehe ich über die Reihen der Kameraden an meinen Zeltplatz kroch, und in der Nacht träumte ich ein wirres Zeug zusammen, in dem ein Totenkopf die Hauptrolle spielte. Priebke, dem ich am Morgen davon erzählte, hoffte, dass es ein Franzosenschädel gewesen sei. Lesse Parche Das junge Grün des Waldes schimmerte im Morgen. Wir wandten uns durch versteckte Wege nach einer engen Schlucht hinter der vorderen Linie. Es war bekannt gegeben, dass das Regiment 76 nach einer Feuervorbereitung von nur 20 Minuten stürmen werde und wir als Reserve bereitstehen sollten. Punkt 12 Uhr eröffnete unsere Artillerie eine heftige Kanonade, die vielfach in den Waldschluchten wiederhallte. Zum ersten Mal vernahmen wir hier das schwere Wort Trommelfeuer. Wir saßen auf den Turnistern, untätig und erregt. Ein Gefechtsläufer stürzte zum Kompanieführer, hastige Worte. Die ersten drei Gräben sind in unserer Hand, sechs Geschütze erbeutet. Ein Hurra flammte auf, Draufgängerstimmung erwachte. Endlich kam der ersehnte Befehl. Wir zogen in langer Reihe nach vorn, von wo verschwommenes Gewehrfeuer prasselte. Es wurde ernst. Zur Seite des Waldpfades dröhnten in einem Tannendickicht dumpfe Stöße, Zweige und Erde rauschten nieder. Ein Ängstlicher warf sich unter erzwungenem Gelächter der Kameraden zu Boden. Dann glitt der Mahnruf des Todes durch die Reihen. Sanität da nach vorn! Bald kamen wir an der Stelle vorbei, wo es eingeschlagen hatte. Die Getroffenen waren schon fortgeschafft. Blutige Zeug und Fleischfetzen hingen rings um den Einschlag an den Gebüschen. Ein sonderbarer, beklemmender Anblick, der mich an den rotrückigen Würger denken ließ, der seine Beute auf Dornensträucher spießt. Auf der Grande Tranchée hasteten Truppen vor. Um Wasser flehende Verwundete kauerten am Straßenrand, Baren tragende Gefangene keuchten zurück, Protzen rasselten im Galopp durchs Feuer. Rechts und links stampften Granaten den weichen Boden, schweres Geäst brach nieder. Mitten im Weg lag ein totes Pferd mit riesigen Wunden, daneben dampfende Eingeweide. Zwischen den großen und blutigen Bildern herrschte eine wilde, ungeahnte Heiterkeit. An einem Baume lehnte ein bärtiger Landwehrmann. Jungens, jetzt feste ran, der Franzmann ist im Laufen. Wir gelangten in das kampfzerwühlte Reich der Infanterie. Der Umkreis der Sturmausgangsstellung war von Geschossen kahl geholzt. Im zerrissenen Zwischenfelde lagen die Opfer des Sturmes, den Kopf feindwärts die grauen Röcke hoben sich kaum vom Boden ab. Eine Riesengestalt mit rotem, blutbesudeltem Vollbart starrte zum Himmel, die Hände in die lockere Erde gekrallt. Ein junger Mensch wälzte sich in einem Trichter, die gelbliche Vorfarbe des Todes auf den Zügen. Unsere Blicke schienen ihm unangenehm, mit einer gleichgültigen Bewegung zog er sich den Mantel über den Kopf und wurde still. Wir lösten uns aus der Marschkolonne. Fortwährend zischte es in langen, scharfen Bogen heran, Blitze wirbelten den Boden der Lichtung hoch. Das schrille Flöten der Feldgranaten hatte ich schon vor Oranvil nicht selten gehört. Es kam mir auch hier nicht sonderlich gefährlich vor. Die Ordnung, in der unsere Kompanie sich nun mit ihren entfalteten Zügen über das beschossene Gelände bewegte, hatte im Gegenteil etwas Beruhigendes. Ich dachte bei mir, dass eine solche Feuertaufe sich harmloser anließe, als ich erwartet hatte. In einer seltsamen Verkennung der Tatsachen sah ich mich aufmerksam nach den Zielen um, denen die Granaten wohl gelten könnten, ohne zu erraten, dass wir selbst es waren, auf die man bereits aus Leibeskräften schoss. Sanitäter! Wir hatte eine Schrapnellkugel die Halsschlagader zerrissen, drei Verbandpäckchen waren im Nu vollgesogen. Er verblutete in Sekunden. Neben uns protzten zwei Geschütze ab, noch stärkeres Feuer anziehend. Ein Artillerieleutnant, der im Vorgelände nach Verwundeten suchte, wurde durch eine vor ihm hochfahrende Dampfsäule niedergeschleudert. Er erhob sich langsam und kam mit betonter Ruhe zurück. Unsere Augen dunkelte, als wir Befehl zu weiterem Vorrücken erhielten. Unser Weg führte durch dichtes, geschoss durch klatschtes Unterholz in einen endlosen Laufgraben, den fliehende Franzosen mit Gepäck bestreut hatten. In der Nähe des Dorfes Lessepage mussten wir, ohne Truppen vor uns zu haben, eine Stellung in festes Gestein hauen. Zuletzt sank ich in einen Busch und schlief ein. Manchmal sah ich im Halbschlummer hoch über mir die Granaten irgendeiner Artillerie mit funkenden Zündern ihre Bogen zählen. Mensch, aufstehen! Wir rücken ab! Ich erwachte im taufeuchten Gras. Durch die sausende Gabe eines Maschinengewehrs stürzten wir in unseren Laufgraben zurück und besetzten eine verlassene französische Stellung am Waldsaume. Ein süßlicher Geruch und einem Drahtverhau hängendes Bündel weckten meine Aufmerksamkeit. Ich sprang im Morgennebel aus dem Graben und stand vor einer zusammengeschrumpften französischen Leiche. Fischartiges, verwestes Fleisch leuchtete grünlich-weiß aus der zerfetzten Uniform. Mich umwendend prallte ich entsetzt zurück, neben mir kauerte eine Gestalt an einem Baum. Sie trug das glänzende französische Lederzeug und auf dem Rücken noch den hochgepackten Tornister, von einem runden Kochgeschirr Leere Augenhöhlen und wenige Büschel Haar auf dem schwarz-braunen Schädel verrieten, dass ich es mit keinem Lebenden zu tun hatte. Ein anderer saß, den Oberkörper nach vorn über die Beine geklappt, als ob er eben zusammengebrochen wäre. Rings umher lagen noch Dutzende von Leichen, verwest, verkalkt, zu Mumien gedörrt, in unheimlichem Totentanz erstarrt. Die Franzosen mussten monatelang neben den gefallenen Kameraden ausgehalten haben, ohne sie zu bestatten. In den Vormittagsstunden durchbrach die Sonne den Nebel und entsandte eine behagliche Wärme. Nachdem ich etwas auf der Grabensohle geschlafen hatte, trieb mich die Neugier, den Vereinsamten, am Vortag erstürmten Graben zu besehen. Sein Boden war mit Bergen von Proviant, Munition, Ausrüstungsstücken, Waffen, Briefen und Zeitungen bedeckt. Die unterständiglichen geplünderten Trödelläden. Dazwischen lagen die leichten tapferer Verteidiger, deren Gewehre noch in den Schießscharten steckten. Aus zerschossenem Gebälk ragte ein eingeklemmter Rumpf, Kopf und Hals waren abgeschlagen, weiße Knorpel glänzten aus rötlich-schwarzem Fleisch. Es wurde mir schwer zu verstehen. Daneben lag ein ganz junger Mensch auf dem Rücken, die glasigen Augen und die Fäuste im Zielen erstarrt. Ein seltsames Gefühl, in solche toten, fragenden Augen zu blicken, ein Schaudern, das ich im Kriege nie ganz verlor. Seine Taschen waren nach außen gedreht und neben ihm lag seine ausgeplünderte Börse. Ich schlenderte, ohne von Feuer behelligt zu werden, den die mir noch oft auf den Schlachtfeldern als einzige Atempause zugute kam. Ich benutzte sie dazu, mir alles recht sorglos und gemütlich anzusehen. Die fremde Bewaffnung, das Dunkel der Unterstände, der bunte Inhalt der Tonister, alles war neu und rätselhaft. Ich steckte französische Munition in die Tasche, schnallte eine seidenweiche Zeltbahn ab und erbeutete eine mit blauem Tuch umwickelte Feldflasche, um alles nach drei Schritten wieder fortzuwerfen. Ein schönes gestreiftes Hemd, das neben einem auseinandergerissenen Offiziersgepäck lag, verführte mich dazu, mir rasch die Uniform vom Leib zu streifen und mich von Kopf bis Fuß mit neuer Wäsche zu versehen. Ich freute mich über das angenehme Kitzeln des frischen Leinens auf der Haut. So ausstaffiert suchte ich mir einen sonnigen Fleck im Graben aus, setzte mich auf einen Balken und öffnete mit dem Seitengewehr eine runde Fleischbüchse, um zu frühstücken. Dann steckte ich mir eine Pfeife an und durchblätterte die zahlreich verstreuten französischen Zeitschriften, die, wie ich aus dem Datum ersah, zum Teil erst am Vortage von Verdun in die Gräben geschickt waren. Nicht ohne einen gewissen Schauder erinnere ich mich, dass ich während dieser Frühstückspause einen seltsamen kleinen Apparat auseinander zu schrauben suchte, der vor mir auf der Grabensohle lag und in dem ich aus unerfindlichen Gründen eine Sturm Laterne zu erkennen glaubte. Erst viel später ging mir auf, dass das Ding, mit dem ich da herumgespielt hatte, eine ungesicherte Handgranate gewesen war. Bei zunehmender Klarheit begann eine deutsche Batterie aus einem dicht hinter dem Graben liegenden Waldstück zu feuern. Es dauerte nicht lange, bis der Feind die Antwort gab. Plötzlich wurde ich durch einen mächtigen Krach hinter mir aufgeschreckt und sah einen steilen Rauchkegel hochsteigen. Mit den Geräuschen des Krieges noch unvertraut war ich nicht im Stande das Pfeifen und Zischen, das Knallen der eigenen Geschütze und das reißende Krachen der in immer kürzeren Pausen einschlagenden feindlichen Granaten zu entwirren und mir aus all dem ein Bild zu machen. Vor allem konnte ich mir nicht erklären, warum es denn von allen Seiten heranfuhr, sodass sich die sausenden Bahnen der Geschosse scheinbar planlos über dem Gewirr kleiner Grabenstücke kreuzten, in dem wir zerstreut lagen. Diese Wirkung, von der ich nicht die Ursache sah, beunruhigte mich und gab mir zu denken. Ich stand dem Mechanismus des Gefechtes noch als Unerfahrener, als Rekrut gegenüber. Die Äußerungen des Kampfwillens erschienen mir seltsam und unzusammenhängend, wie Vorgänge auf einem anderen Gestirn. Dabei hatte ich eigentlich keine Angst. Im Gefühl, nicht gesehen zu werden, konnte ich auch nicht glauben, dass man auf mich zielte und dass ich getroffen werden könnte. So beobachtete ich, zu meiner Gruppe zurückgekehrt, mit großer Gleichgültigkeit das Vorgelände. Es war der Mut der Unerfahrenheit. Ich trug, wie ich das auch später an solchen Tagen zu tun pflegte, in mein Taschenbuch die Zeiten ein, zu denen die Beschießung abflaute oder sich steigerte. Gegen Mittag schwoll das Artilleriefeuer zu Wüsten Tanze an. Ununterbrochen flammte es um uns auf. Weißes, schwarzes und gelbes Gewölk mischte sich. Besonders die Granaten mit schwarzer Rauchentwicklung, von den alten Kriegern amerikanische oder Kohlenkästen genannt, zerrissen mit unheimlicher Brisanz. Dazwischen zwitscherten zu Dutzenden die Zünder mit eigenartigem, an Kanarienvögel erinnerndem Gesang. Mit ihren Ausschnitten, in denen die Luft sich mit trillerndem Flöten verfing, zogen sie wie kupferne Spieluhren oder wie eine Art von mechanischen Insekten über die lange Brandung der Einschläge dahin. Sonderbar war, dass die kleinen Waldvögel sich gar nicht um diesen hundertfältigen Lärm zu kümmern schienen. Sie saßen friedlich über den Rauchschwaden im zerschlagenen Geäst. In den Pausen hörte man als ob sie noch angeregt würden durch die Flut von Geräuschen, die sie umbrandete. In den Augenblicken, in denen der Beschuss sich verdichtete, spornte sich die Besatzung durch kurze gegenseitige Zurufe zur Wachsamkeit an. In dem Grabenstück, das ich übersah und aus dessen Wänden bereits hier und da große Lehmklötze heruntergebrochen waren, herrschte völlige Bereitschaft. Die Schützen prüften das rauchende Vorgelände mit Aufmerksamkeit. Zuweilen blickten sie nach rechts und links, um zu beobachten, ob der Anschluss noch vorhanden wäre, und lächelten, wenn ihr Blick einen Bekannten traf. Ich saß mit einem Kameraden auf einer in den Lehm der Grabenwand gestochenen Bank. Einmal knallte das Brett der Schießscharte, durch die wir beobachteten, und ein Infanteriegeschoss schlug zwischen unseren Köpfen in den Lehm. Allmählich gab es Verwundete. Die Vorgänge im Grabengewirr waren zwar nicht zu überblicken, doch der immer häufiger erschallende Ruf Sanitäter zeigte an, dass die Beschießung zu wirken begann. Zuweilen tauchte eine eilige Gestalt mit frischem, weithin schimmerndem Verband an Kopf, Hals oder Hand auf, um Cavalierschuss in Sicherheit zu bringen, dem Kriegsaberglauben zufolge, nachdem der leichte Treffer oft nur der Vorbote eines Schweren ist. Mein Kamerad, der Kriegsfreiwillige Kohl, bewahrte jene norddeutsche Kaltblütigkeit, die eigens für solche Lagen geschaffen scheint. Er kaute und drückte an einer Zigarre herum, die durchaus nicht brennen wollte, und machte im Übrigen ein etwas verschlafenes Gesicht. Er ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als plötzlich in unserem Rücken ein Geprassel wie von tausend Gewehren erscholl. Es stellte sich heraus, dass der Wald in Brand geschossen war. Große Flammen kletterten knatternd an den Bäumen empor. Während dieser Ereignisse wurde ich durch seltsame Sorgen geplagt. Ich beneidete nämlich die alten Löwen von Pert um ihre Erlebnisse im Hexenkessel, denen mich der Aufenthalt in Rekouvrance entzogen hatte. Wenn daher die Kohlenkästen besonders scharf in unsere Ecke fuhren, fragte ich zuweilen Kohl, der daran teilgenommen hatte, du, ist es jetzt wie bei Pert? Zu meiner Enttäuschung antwortete er jedes Mal mit einer lässigen Handbewegung, noch lange nicht. Als nun der Beschuss sich so verdichtete, dass unsere Lehmbank unter dem Bersten der schwarzen Ungetüme zu schaukeln begann, brüllte ich ihm wieder ins Ohr, du, ist es jetzt wie bei Pert? Kohl war ein sehr gewissenhafter Soldat. Er stand zunächst auf, sah sich prüfend im Kreise um und brüllte dann zu meiner Befriedigung zurück, jetzt kann's bald hinkommen. Diese Antwort erfüllte mich mit einer närrischen Freude, bestätigte sie mir doch mein erstes wirkliches Gefecht. In diesem Augenblick tauchte ein Mann an der Ecke unseres Grabenstückes auf. Nach links folgen! Wir gaben den Befehl weiter und schritten die rauchdurchschwelte Stellung entlang. Gerade waren die Essenholer zurückgekommen und hunderte von verlassenen Kochgeschirren dampften auf der Brustwehr. Wer mochte jetzt essen? Eine Menge Verwundeter mit Blut durchtränkten Verbänden presste sich an uns vorüber, die Aufregung des Kampfes auf den bleichen Gesichtern. Oben wurde am Grabenrand entlang hastig Bahre auf Bahre nach hinten geschleppt. Die Ahnung einer schweren Stunde türmte sich vor uns auf. Vorsicht, Kameraden, mein Arm, mein Arm, los, los, Mensch, halt Anschluss! Ich erkannte den Leutnant Sandvoss, der geistesabwesend und mit aufgerissenen Augen neben dem Graben entlang hastete. Ein langer weißer Verband um den Hals teilte ihm eine seltsam unbeholfene Haltung mit, und so kam es wohl, dass er mich in diesem Augenblick an eine Ente erinnerte. Ich sah das wie in einem jener Träume, in denen das Beängstigende in der Maske des Lächerlichen erscheint. Gleich darauf eilten wir an gab. Aha, die Sache hat doch wohl Sinn und Verstand, schoss es mir durch den Kopf. Der Graben endete in einem Waldstück. Unentschlossen standen wir unter gewaltigen Buchen. Aus dichtem Unterholz tauchte unser Zugführer ein Leutnant auf und rief dem ältesten Unteroffizier zu, lassen sie ausschwärmen in Richtung auf die untergehende Sonne und Stellung nehmen. Meldungen erreichen mich im Unterstand an der Lichtung. Fluchend übernahm jener das Kommando. Wir schwärmten aus und legten uns erwartungsvoll in eine Reihe flacher Mulden, die irgendwelche Vorgänger in den Boden gescharrt hatten. Mitten in scherzende Zurufe schnitt ein markerschütterndes Geheul. Zwanzig Meter hinter uns wirbelten Erdklumpen aus einer weißen Wolke und klatschten hoch ins Geäst. Vielfach rollte der Schall durch den Wald. Beklommene Augen starrten sich an, die Körper schmiegten sich im niederdrückenden Gefühl völliger Ohnmacht an den Boden. Schuss folgte auf Schuss, stickige Gase schwammen im Unterholz, Qualm verhüllte die Wipfel, Bäume und zweigestürzten Rauschen zu Boden, Schreie wurden laut. Wir sprangen hoch und rannten blindlings von Blitzen und betäubendem Luftdruck gehetzt von Baum zu Baum, deckung suchend und wie gejagtes Wild riesige Stämme umkreisend. Ein Unterstand, in den viele liefen und auf den auch ich zusteuerte, erhielt einen Treffer, der den Balkenbelag hochriss, sodass die schweren Klötze in der Luft umherwirbelten. Ich sprang mit dem Unteroffizier keuchend um eine mächtige Buche wie ein Eichhörnchen, das man mit Steinen wirft. Automatisch und von immer neuen Einschlägen in Schwung gehalten, lief ich hinter meinem vorgesetzten Herr, der sich zuweilen umwandte, mich mit wilden Augen anstierte und schrie, ja, was sind denn das für Dinger, was sind denn das für Dinger? Plötzlich blitzte es in dem weit ausgreifenden Wurzelwerk und ein Schlag gegen den linken Oberschenkel warf mich zu Boden. Ich glaubte, von einem Erdklumpen getroffen zu sein, doch belehrte mich die Wärme des reichlich strömenden Blutes bald, dass ich verwundet war. Es zeigte sich später, dass mir ein haarscharfer Splitter eine Fleischwunde geschlagen hatte, nachdem seine Wucht durch meine Geldbörse abgeschwächt war. Der feine Schnitt, der, ehe er den Muskel verletzte, nicht weniger als neun Blätter aus derben Leder gespalten hatte, war wie mit einer Rasierklinge geführt. Ich warf meinen Tonister fort und rannte dem Graben zu, aus dem wir gekommen waren. Von allen Seiten strebten Verwundete aus dem beschossenen Gehölz strahlenförmig darauf zu. Der Durchgang war entsetzlich, von schwer Verwundeten und Sterbenden versperrt. Eine bis zum Gürtel entblößte Gestalt mit aufgerissenem Rücken lehnte an der Grabenwand. Ein anderer, dem ein dreieckiger Lappen vom Hinterschädel herabhing, stieß fortwährend schrille, erschütternde Schreie aus. Hier herrschte der große Schmerz und zum ersten Male blickte ich wie durch einen dämonischen Spalt in die Tiefe seines Bereichs. Und immer neue Einschläger. Meine Besinnung ließ mich völlig im Stich. Rücksichtslos rannte ich alles über den Haufen und kletterte endlich in der Hast einige Male zurückstürzend aus dem höllischen Gewühl des Grabens heraus, um freie Bahn zu bekommen. Ich raste wie ein durchgehendes Pferd durch dichtes Unterholz über Wege und Lichtungen, bis ich in einem Waldstück nahe der Grande Tranchée zusammenbrach. Es dunkelte bereits, als zwei Krankenträger, die das Gelände Absuchten vorbeikamen. Sie luden mich auf ihre Bahre und trugen mich in einen mit Stämmen gedeckten Sanitäts Unterstand, in dem ich die Nacht verbrachte, eng zusammengedrängt mit vielen Verwundeten. Ein abgespannte Arzt stand im Gewühl stöhnender Menschen, verbannt, machte Einspritzungen und gab mit ruhiger Stimme Anweisungen. Ich zog mir den Mantel eines Gefallenen über den Leib und fiel in einen Schlaf, den das beginnende Fieber mit sonderbaren Träumen durchschoss. Einmal mitten in der Nacht wachte ich auf und sah den Arzt immer noch beim Schein einer Laterne an der Arbeit. Ein Franzose stieß alle Augenblicke ein gellendes Geschrei aus und neben mir brummte jemand verdrießlich so ein Franzose naja wenn die nicht schreien können sind sie nicht zufrieden. Dann schlief ich wieder ein. Als sich am nächsten Morgen fortgetragen wurde der Tragbare zwischen meinen Knien. Mit anderen Verwundeten wurde ich in einen der Krankenwagen geladen die zwischen dem Gefechtsfeld und dem Hauptverbandplatz pendelten. Im Galopp ging es über die noch immer unter schwerem Feuer liegende Grande Tranchée. Hinter den grauen Zeltwänden fuhren wir blind durch die Gefahr die uns mit stampfenden Riesenschritten begleitete. Auf einer der Bahren auf denen man uns in das Fahrzeug geschroben hatte wie Brote in den Backofen lag auch ein Kamerad mit einem Bauchschuss der ihm große Qualen bereitete. Er bat jeden Einzelnen von uns ihm mit der Pistole des Sanitäters die im Wagen hing ein Ende zu machen. Niemand antwortete. Ich sollte das Gefühl noch kennenlernen dass man empfindet wenn jede Erschütterung der Fahrt wie ein Hammerschlag auf Angelegt Man hatte lange Zeilen von Stroh ausgebreitet und mit Laubhütten abgedeckt Aus dem Zustrom von Verwundeten war leicht zu ersehen dass ein bedeutendes Gefecht im Gange war. Beim Anblick eines Generalarztes der inmitten des blutigen Trubels den Dienstbetrieb prüfte hatte ich wieder jenen schwer zu beschreibenden Eindruck den man empfängt wenn man den Menschen von den Schrecknissen und Erregungen der elementaren Zone umgeben mit ameisenhafter Kaltblütigkeit am Ausbau seiner Ordnungen beschäftigt sieht Mit Speisen und Getränken gelabt und eine Zigarette rauchend lag ich inmitten einer langen Reihe von Verwundeten auf meiner Strohschütte von jener leichten Stimmung ergriffen die sich einstellt wenn man ein Examen zwar nicht ganz einwandfrei aber doch immerhin bestanden hat Ein kurzes Gespräch das ich neben mir erlauschte machte mich nachdenklich Was fehlt in dir Kamerad Ich hab einen Blasenschuss Tut sehr weh Ach das macht nichts Aber dass man so gar nicht mehr mitmachen kann Noch am Vormittag wurden wir nach der großen Krankensammelstelle in der Kirche des Dorfes Saint Maurice geschafft Dort stand bereits ein Lazarettzug unter Dampf der uns in zwei Tagen nach Deutschland beförderte Vom ich empfahren die Felder von denen der Frühling Besitz ergriff Wir wurden von einem stillen Mann einem Privatdozenten der Philosophie gewissenhaft betreut Der erste Dienst den er mir leistete bestand darin dass er mir mit einem Federmesser den Stiefel vom Fuße schnitt Es gibt Menschen denen zur Pflege ein besonderes Verhältnis gegeben ist So empfand ich es bereits als wohltuend wenn ich ihn brachte uns nach Heidelberg Beim Anblick der von blühenden Kirschbäumen begrenzten Neckarberge empfand ich ein starkes Heimatgefühl Wie schön war doch das Land Wohl wert dafür zu bluten und zu sterben So hatte ich seinen Zauber noch niemals gespürt Gute und ernste Gedanken kamen mir in den Sinn und ich ahnte zum ersten Male dass dieser Krieg mehr als ein großes Abenteuer bedeutete Die Schlacht von Lesepage war meine erste Sie war ganz anders als ich gedacht Ich hatte an einer großen Kampfhandlung teilgenommen ohne einen Gegner zu Gesicht bekommen zu haben Erst viel später erlebte ich den Zusammenprall den Gipfelpunkt des Kampfes im Erscheinen der Sturmwellen auf freiem Felde das für entscheidende mörderische Augenblicke die chaotische Leere des Schlachtfeldes unterbricht Duschi und Monchi Die Wunde war in vierzehn Tagen geheilt Ich wurde zum Ersatz Bataillon nach Hannover entlassen und nahm von dort um mich wieder ans Gehen zu gewöhnen einen kurzen Heimaturlaub Melde dich doch als Fahnenjunker schlug mein Vater mir vor als wir an einem der ersten Vormittage durch den Obstgarten gingen um zu sehen wie die Bäume angesetzt hatten und ich entsprach seinem Wunsche obwohl es mir zu Beginn des Krieges viel lockender erschienen war mich als einfacher Schütze und nur für mich allein verantwortlich zu beteiligen Ich wurde Ich wurde also vom Regiment nach Döberitz geschickt um an einem Ausbildungskurs teilzunehmen den ich nach sechs Wochen als Fähnrich verließ Den Hunderten von jungen Leuten die hier aus allen deutschen Stämmen zusammenströmten war anzusehen dass das Land an guter kriegerischer Mannschaft noch keinen Mangel besaß Während ich in Recouvrance die Einzelausbildung kennengelernt hatte wurden wir hier auch in den verschiedenen Arten geübt auf die man kleine Verbände im Gelände bewegt Im September 1915 fuhr ich zum Regiment zurück Ich verließ den Zug im Dorf Saint-Léger dem Sitz des Divisionsstabes und marschierte als Führer einer kleinen Ersatzabteilung nach Douchy dem Ruheort des Regiments Vor uns war die französische Herbstoffensive in vollem Gang Die Front zeichnete sich als eine lange wallende Wolke im weiten Gelände ab Über uns knatterten die Maschinengewehre von Luft geschwadern Zuweilen wenn eins der französischen Flugzeuge deren bunte Kokaden dem Boden wie große Schmetterlings Augen abzusuchen schienen und niedrig überflog nahm ich mit meiner kleinen Truppe unter den Straßenbäumen Deckung gegen Sicht Die Abwehrkanonen zogen lange Schnüre von weißen Bäuschen in die Luft und hier und dort schlugen herabpfeifende Splitter in den Ackerboden ein dieser 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 Marsch sollte mir gleich Gelegenheit geben meine neuen Kenntnisse anzuwenden wahrscheinlich hatte man uns aus einem der zahlreichen Fesselballons deren gelbe Hüllen im Westen leuchteten erspäht denn gerade als wir in das Dorf Dushy einbiegen wollten sprang der schwarze Kegel einer Granate vor uns auf das Geschoss traf den Eingang des kleinen Orts Friedhofes der hart an der Straße lag ich lernte hier zum ersten Male jene Sekunde kennen in der man ein unerwartetes Ereignis durch einen Entschluss beantworten muss nach links heraus schwärmen marsch marsch die Kolonne verteilte sich im Eilschritt über die Felder ich ließ nach links wieder sammeln und führte sie in einem weiten Bogen in das Dorf Dushy der Ruhrort des Fusilierregiments 1973 war ein Dorf von mittlerer Größe und hatte durch den Krieg noch wenig gelitten dieser im wellenförmigen Gelände des Artois gelegene Platz wurde dem Regiment während seines anderthalbjährigen Stellungskampfes in jener Gegend zur zweiten Garnison zu einer Stätte der Erholung und Festigung nach schweren Tagen des Kampfes und der Arbeit in vorderer Linie der sogenannte Emmig Platz zum Lustgarten umgewandelt dort lagen in zwei mit Baumstämmen bedeckten Unterständen die Rasierstube und die Zahnstation eine große Wiese neben der Kirche diente als Begräbnisplatz zu dem fast täglich eine Kompanie marschierte um einem oder vielen Kameraden unter den Klängen eines Chorals das letzte Geleit zu geben So war in einem Jahr aus einem zerfallenden Bauerndörfchen eine Militärstadt wie ein gewaltiger Parasit empor gewachsen Kaum erkannte man darunter das alte friedliche Bild Im Dorfteich schwemmten Dragoner ihre Pferde In den Gärten exerzierte Infanterie Auf den Wiesen lagen Soldaten und sonnten sich Alle Einrichtungen zerfielen Nur was zum Kampf gehörte war in Schuss So hatte man Zäune und Hecken niedergebrochen oder zur besseren Verbindung weggerissen Dagegen blinkten an allen Ecken die großen Schilder mit den Fahrtrichtungen Während die Dächer einstürzten und der Hausrat langsam verheizt wurde entstanden Fernsprechanlagen und elektrische Leitungen Von den Kellern aus wurden Stollenschächte in die Erde getrieben um den Hausbewohnern bei Beschießungen sichere Unterkunft zu bieten Die ausgeschachtete Erde wurde achtlos auf die Gärten gehäuft Im ganzen Dorf gab es keine Grenze und keinen persönlichen Besitz Die französische Bevölkerung war am Ausgang von Mont Chi kasaniert Kinder spielten vor den Schwellen der baufälligen Häuser und Greise schlichen gebeugt durch das neue Getriebe das ihnen rücksichtslos die Städten entfremdete an denen sie ihr Leben verbracht hatten Die jungen Leute mussten jeden Morgen antreten und wurden vom Ortskommandanten dem Oberleutnant Oberländer zur Bewirtschaftung der Dorfgemarkung eingeteilt Wir kamen mit den Einheimischen nur zusammen wenn wir ihnen unsere Wäsche zum Reinigen brachten oder Butter und Eier einkauften Zu den merkwürdigen Bildern dieser Soldatenstadt gehörte der Anschluss zweier verwaester kleiner Franzosen an die Truppe Die beiden Jungen von denen der eine acht der andere zwölf Jahre alt sein mochte waren ganz in Feldgrau gekleidet und sprachen fließend Deutsch Von ihren Landsleuten redeten sie wie sie es von den Soldaten gehört hatten nur als Schangels Ihr größter Wunsch war einmal mit ihrer Kompanie in Stellung gehen zu dürfen sie konnten tadellos exerzieren grüßten die Vorgesetzten traten bei Appellen an den linken Flügel und baten um Urlaub wenn sie den Kantinen Gehilfen zum Einkauf nach Combray begleiten wollten Als das zweite Bataillon für einige Wochen zur Ausbildung nach Kion kam sollte der eine namens Louis auf Befehl des Obersten von Oppen in Douchy zurückbleiben Er wurde auch während des Marsches nicht mehr gesehen sprang aber bei der Ankunft des Bataillons vergnügt aus dem Packwagen in dem er sich versteckt hatte Der Ältere soll später nach Deutschland auf eine Unteroffiziers Schule geschickt worden sein Kaum eine Stunde Weges von Douchy entfernt lag Monchi au Bois Das Dorf in dem die beiden Reserve Kompanien des Regiments untergebracht waren Es hatte im Herbst 1914 das Ziel erbitterte Kämpfe gebildet Zuletzt war es in deutscher Hand geblieben und der Kampf im engen Halbkreis um die Trümmer des ehemals reichen Ortes langsam erstarrt Nun waren die Häuser ausgebrannt und zusammengeschossen die verwilderten Gärten von Granaten durch Furcht und die Obstbäume geknickt Das Steingewirr war durch Gräben Stacheldraht Barrikaden und betonierte Stützpunkte zur Verteidigung ausgebaut Die Straßen konnten von einem im Mittelpunkt liegenden Betonklotz der Feste Torgau unter Maschinengewehr Feuer genommen werden Ein anderer Stützpunkt war die Feste Altenburg ein Feldwerk rechts vom Dorfe das einen Zug der Reserve Kompanie beherbergte Wichtig für die Verteidigung war auch ein Bergwerk dem in Friedenszeiten der Kreidestein zum Bau der Häuser entnommen worden war und das wir nur durch Zufall entdeckt hatten Doch dem der Wassereimer in einen Brunnen gefallen war hatte sich hinunter gelassen und dabei ein sich höhlenartig erweiterndes Loch bemerkt Man untersuchte den Ort und nachdem noch ein zweiter Eingang gebrochen war bot die Anlage einer großen Zahl von Kämpfern bombensichere Unterkunft Auf der einsamen Höhe am Weg nach Ronsard lag eine Ruine Ein ehemaliges Istaminé wegen der weiten Aussicht auf ein Ort für den ich trotz seiner gefährlichen Lage eine Vorliebe besaß Weithin reichte von dort der Blick über das ausgestorbene Land dessen tote Dörfer verbunden waren durch Straßen auf denen kein Wagen rollte und kein lebendes Wesen zu sehen war Im Hintergrunde verschwammen die Umrisse von Arras der verlassenen Stadt und weiter rechts glänzten die Kreidetrichter der großen Minensprengungen von Saint-Télois öde lagen auch die verkrauteten Felder über die große Wolkenschatten dahinzogen und das eng geflochtene Netz der Gräben seine gelben und weißen Maschen breitete die 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 Annäherungswege wie in lange Zugschnüre ausmündeten nur hier und dort wirbelte der Rauch einer Granate auf wie von Geisterhand in die Höhe gestoßen und verflatterte im Wind oder der Ball eines Schrapnells stand über der Wüste wie eine große weiße Flocke die langsam zerschmolz Das Gesicht der Landschaft war finster und fabelhaft Der Kampf hatte das Liebliche der Gegend hinweggewischt und seine ehrenden Züge hineingegraben vor denen der einsame Betrachter erschrak Die Verlassenheit und das tiefe Schweigen ab und zu vom dumpfen Ton der Geschütze unterbrochen wurden durch den traurigen Eindruck der Zerstörung verstärkt zerrissene Tonister abgebrochene Gewehre Zeugfetzen dazwischen in grausigem Kontrast ein Kinderspielzeug Granatzünder tiefe Trichter der krepierten Geschosse Flaschen Erntegeräte zerfetzte Bücher zerschlagen das Hausgerät Löcher deren geheimnisvolles Dunkel einen Keller verriet in dem vielleicht die Leichen der unglücklichen Hausbewohner von den überaus geschäftigen Rattenschwärmen benagt wurden ein Pfirsichbäumchen das seiner stützenden Mauer beraubt war und hilfesuchend seine Arme ausstreckte in den Stellen die noch an der Kette hängenden Gerippe der Haustiere im verwüsteten Garten Gräber dazwischen dazwischen grünend tief die noch die noch vor kurzem hier friedlich gehaust haben die Kampfstellung verlief wie schon berichtet in engem Halbkreis um das Dorf mit dem sie eine Reihe von Laufgräben verbannt sie war in zwei Unterabschnitte Monschi Süd und Monschi West geteilt diese gliederten sich wiederum in die sechs Kompanieabschnitte A bis F die bogenförmige Führung der Stellung bot dem Engländer eine gute Flankierungsmöglichkeit durch deren geschickte Ausnutzung er uns schwere Verluste bereitete er bediente sich dazu eines unmittelbar hinter seiner Linie versteckten Geschützes das kleine Schrapnells verfeuerte deren Abschuss und Einschlag für das Ohr zusammenfielen wie aus heiterem Himmel blitzte über die Länge des Grabens ein Schwarm von Bleikugeln dahin der oft genug einen Posten einforderte wir machen nun zunächst einen kurzen Gang durch den Schützengraben wie er sich um diese Zeit entwickelt hatte um uns einige Ausdrücke die immer wiederkehren zu veranschaulichen um in die vordere Linie kurz der Graben genannt zu gelangen betreten wir einen der zahlreichen Annäherungswege oder Laufgräben deren Aufgabe es ist den gedeckten Anmarsch in die Kampfstellung zu ermöglichen diese oft sehr langen Gräben führen also auf den Gegner zu sind aber damit sie nicht der Länge nach bestrichen werden können zickzack förmig oder in schwachen Bogen Linien geführt nach viertelstündigem Anmarsch schneiden wir die zweite Linie die der ersten parallel läuft und in der der Widerstand fortgesetzt werden soll wenn der Kampfgraben genommen ist der Kampfgraben selbst unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von den schwachen Anlagen die zu Beginn des Krieges entstanden sind Er ist längst kein einfacher Graben mehr sondern zieht sich in doppelter oder dreifacher Mannstiefe unter dem Niveau dahin Die Verteidiger bewegen sich also wie auf der Sohle eines Schachtes Wenn sie das Vorgelände beobachten oder feuern wollen ersteigen sie auf Stufen oder breiten hölzernen Leitern den Posten Auftritt eine lange Bank die derart in die Erde gestochen ist dass der auf ihr stehende den gewachsenen Boden um Kopfes Höhe überragt Der einzelne Schütze steht in seinem Posten Stand einer mehr oder weniger befestigten Nische den Kopf durch eine Sandsack Packung oder durch einen Stahl Schild gedeckt Der eigentliche Ausblick findet durch winzige Schaden statt durch die der Gewehr Lauf geschoben wird Die großen Erdmengen die aus dem Graben gehoben wurden sind hinter der Linie zu einem Wall aufgetürmt durch den zugleich die Rückendeckung gebildet wird In diesen Erdwall sind Maschinengewehr Stände eingebaut Auf der Stirnseite des Grabens dagegen wird die Erde stets sorgfältig verzogen damit das Schussfeld offen bleibt Vor dem Graben zieht sich oft in vielfachen Linien der Drahtverhau entlang ein verschlungenes Geflecht von Stacheldrähten das dem Angreifer Aufenthalt bereiten soll damit er in Ruhe von den Posten Ständen aus unter Feuer genommen werden kann Der Verhau ist von hohem Kraut durchzogen Geschoss auf Schuss der Kämpfer ist damit nach hinten durch die Rücken wehr nach den Seiten durch die Schulter wehren gedeckt während ihn die vordere Wand des Grabens als Brust wehr schützt Stollentreppe Ich war der Sechsten Kompanie zugeteilt und rückte einige Tage nach meiner Ankunft als Führer einer Gruppe mit in Stellung wo mir gleich durch einige englische Kugelminen der Empfang bereitet wurde Das waren gestielte mit Sprengstoff gefüllte Geschosse aus sprödem Eisen deren Form man sich am besten vergegenwärtigt wenn man sich von einer 100-Pfund-Hantel eine der beiden Kugeln abgeschnitten denkt Ihr Abschuss war dumpf und undeutlich und wurde häufig durch Maschinengewehr Feuer getarnt Es machte daher einen gespenstischen Eindruck auf mich das plötzlich dicht neben uns Flammen den Graben erleuchteten und ein bösartiger Luftdruck uns erschütterte Die Leute zogen mich schnell in den Unterstand unserer Gruppe den wir gerade erreicht hatten Drinnen spürten wir noch fünf oder sechs Mal den schweren Mörserstoß der Aufschläge Die Mine schlägt nicht eigentlich ein sondern sie setzt sich hin Diese bedächtige Art der Zerstörung bringt auf die Nerven eine unangenehmere Wirkung hervor Als ich am nächsten Morgen zum ersten Mal bei Licht durch den Graben ging sah ich die großen entladenen Stielkugeln überall als Alarmgongs vor den Unterständen aufgehängt Der Abschnitt ins Koppel und verlasse den mehr oder minder gemütlichen Unterstand Beim ersten Durchschreiten des wohlbekannten Zugabschnitts überzeuge ich mich dass alle Posten an ihren richtigen Plätzen stehen Mit leiser Stimme wird die Parole ausgetauscht Inzwischen ist die Nacht hereingebrochen und die ersten Leuchtkugeln steigen silbern in die Höhe während angestrengte Augen ins Vorgelände starren Eine Ratte raschelt zwischen den überdeckung geworfenen Konservenbüchsen Eine zweite gesellt sich pfeifend zu ihr und bald wimmelt es von huschenden Schatten die den Ruinen Kellern des Dorfes oder zerschossenen Stollen entströmen Die Jagd auf sie bietet eine beliebte Abwechslung in der Öde des Postendienstes Ein Stückchen Brot wird als Köder ausgelegt und das Gewehr darauf eingerichtet oder es wird Sprengpulver von Blindgängern in ihre Löcher gestreut und angezündet Quiekend schießen sie dann mit versenktem Fell hervor Es sind ekelhafte Geschöpfe Ich muss immer an ihre verborgene leichenschändrische Tätigkeit in den Kellern des Dorfes denken Einmal als ich in einer warmen Nacht durch die Ruin von Mon Chi schritt quollen sie in so unglaublichen Mengen aus ihren Verstecken hervor dass der Boden einem lebenden Teppich glich den hier und da das weiße Fell eines Albinus musterte Auch Einige Katzen sind aus den zerstörten Dörfern in die Gräben gezogen Sie lieben die Nähe der Menschen Ein großer weißer Kater mit zerschossener Vorderpfote geistert häufig im Niemandsland umher und scheint bei beiden Parteien zu verkehren Doch ich sprach ja vom Grabendienst Man liebt solche Abschweifungen Man wird leicht gesprächig um die dunkle Nacht und die endlose Zeit zu füllen Deshalb bin ich auch bei einem bekannten Krieger oder einem anderen Unteroffizier stehen geblieben und lausche seinen tausend Nichtigkeiten mit gespannte Aufmerksamkeit Als Feenrich werde ich auch öfters von dem wachhabenden Offizier der sich ebenso unbehaglich fühlt in ein wohlwollendes Gespräch verwickelt Ja er wird sogar ganz kameradschaftlich redet leise und eifrig kramt Geheimnisse und Wünsche aus Und ich gehe gern darauf ein Denn auch mich drücken die schweren schwarzen Welle des Grabens Auch ich bange nach Wärme Nach irgendetwas Menschlichem in dieser unheimlichen Einsamkeit Die Landschaft strahlt in der Nacht eine eigentümliche Kälte aus Diese Kälte ist von geistiger Art So beginnt man zu frösteln Wenn man einen der unbesetzten Abschnitte des Grabens durchquert die nur durch Streifen beschritten werden Und dieses Frösteln steigert sich wenn man jenseits des Drahtverhaues das Niemandsland betritt zu einem leichten zähneklappernden unwohl sein Die Art in der die Romanschreiber das Zähneklappern verwenden ist meist verfehlt Es hat nichts Gewaltsames sondern gleicht vielmehr einem schwachen elektrischen Strom Oft merkt man es ebenso wenig wie man merkt dass man im Schlafe spricht Übrigens hört es sofort auf wenn wirklich etwas passiert Das Gespräch wird matter Wir sind ermüdet Schläfrig lehnen wir an einer Schulter wehr und starren auf die Zigarette die in der Dunkelheit glüht Bei Frost trampelt man frierend auf und ab dass die harte Erde von vielen Tritten erklingt In kalten Nächten hört man ein ununterbrochenes Husten das weithin schallt Dieses Husten ist oft wenn man im Niemandslande vorwärts kriecht das erste Anzeichen der feindlichen Linie Zuweilen pfeift oder summt auch ein Posten ein Lied vor sich hin und es ist ein bösartiger Kontrast wenn man ihn mit mörderischen Absichten beschleicht Oft regnet es Dann steht man traurig mit hochgeschlagenem Mantelkragen unter den Regendächern der Stolleneingänge und lauscht dem gleichförmigen Falle der Trottel hört man die Schritte eines Vorgesetzten auf der nassen Grabensohle so tritt man rasch hervor geht weiter dreht sich plötzlich um schlägt die Hacken zusammen und meldet Unteroffizier vom Grabendienst im Abschnitt nichts Neues Denn Denn das Stehen in den Stolleneingängen ist verboten Die Gedanken wandern Man sieht in den Mond und denkt an schöne gemütliche Tage zu Haus oder an die große Stadt weit dahinten in der jetzt gerade die Menschen aus den Cafés strömen und viele Bogenlampen das rege nächtliche Treiben des Zentrums bestrahlen Es scheint als ob man das geträumt hätte unglaublich fern Da raschelt irgendetwas vorm Graben Zwei Drähte klirren leise Im Nu zerflattern die Träume Alle Sinne sind bis zum Schmerz geschärft Man klettert auf den Posten Stand Schießt eine Leuchtkugel hoch Nichts rührt sich Es wird wohl nur ein Hase oder ein Rebhuhn gewesen sein Oft hört man den Gegner an seinem Drahtverhau arbeiten Dann schießt man rasch hintereinander dorthin bis die Kammer des Gewehres entladen ist Nicht nur weil es befohlen ist Man empfindet auch eine gewisse Befriedigung dabei Jetzt sitzen sie drüben aber in Druck Vielleicht hast du sogar einen getroffen Auch wir ziehen fast jede Nacht Draht und haben haben häufig Verwundete Dann fluchen wir auf diese gemeinen Schweine von Engländern Bist Bist du noch da Ja Dann steck mal den Kopf weg Ich will schießen Mitunter hört man auch nach dumpfem Abschuss ein pfeifendes flatterndes Geräusch Achtung Mine Man stürzt zum nächsten Stolleneingang und hält den Atem an Die Minen krachen ganz anders viel aufregender als die Granaten Sie haben überhaupt etwas reißendes hinterlistiges etwas von persönlicher Gehässigkeit Es sind heimtückische Wesen Die Gewehrgranaten sind Miniaturausgaben davon Sie steigen wie Pfeile aus dem feindlichen Graben auf und tragen Köpfe aus rotbraunem Metall das damit es leichter splittert nach Art der Schokoladentafeln gekästelt ist Leuchtet an bestimmten Stellen der nächtliche Horizont auf so springen alle Posten von ihren Ständen und verschwinden Sie wissen aus langer Erfahrung wo die Geschütze stehen die auf den Abschnitt C eingerichtet sind Endlich zeigt das Leuchtzifferblatt das zwei Stunden verflossen sind Nun rasch die Ablösung geweckt und in den Unterstand Vielleicht haben die Essenholer Briefe Pakete oder eine Zeitung mitgebracht Man hat ein merkwürdiges Gefühl wenn man die Nachrichten von der Heimat und ihren friedlichen Sorgen liest während die Schatten der flackernden Kerze über das niedrige rohe Gebälk huschen Nachdem ich mit einem Holzspan den gröbsten Dreck von den Stiefeln gekratzt und an ein Bein des roh zusammengezimmerten Tisches gestrichen habe lege ich mich auf die Pritsche und ziehe meine Decke über den Kopf um für vier Stunden zu röcheln wie der Fachausdruck heißt draußen knallen die Geschosse in eintöniger Wiederholung auf Deckung eine Maus huscht über Gesicht und Hände ohne meinen Schlaf zu stören auch vor dem niederen Getier habe ich Ruhe wir räucherten den Unterstand erst vor einigen Tagen gründlich aus noch zweimal werde ich aus dem Schlaf gerissen um meines Amtes zu walten während der letzten Wache kündet ein heller Strich hinter uns am östlichen Himmel den neuen Tag die Umrisse des Grabens werden schärfer er macht im grauen Frühlicht einen Eindruck unsäglicher öde eine Lerche steigt hoch ihr Getriller ärgert mich an eine Schulter wehrge lehnt starre ich im Gefühl einer großen Ernüchterung auf das tote draht um schlossene Vorfeld dass die letzten zwanzig Minuten auch gar kein Ende nehmen wollen endlich klappern die Kochgeschirre der zurückkehrenden Kaffeeholer im Laufgraben es ist sieben Uhr die Nachtwache ist beendet ich gehe in den Unterstand trinke Kaffee und wasche mich in einer Heringsdose das macht mich munter ich habe die Lust verloren mich hinzulegen um neun Uhr muss ich ja auch schon wieder meine Gruppe zur Arbeit einteilen und anstellen wir sind wahre Alleskönner der Graben stellt täglich seine tausend Anforderungen an uns wir wühlen tiefe Stollen bauen Unterstände und Betonklötze bereiten Drahthindernisse vor schaffen Entwässerungsanlagen verschalen stützen nivellieren erhöhen und schrägen ab schütten Latrinen zu kurz wir üben jedes Handwerk aus eigener Kraft warum auch nicht haben denn nicht alle Stände und Berufe Vertreter in unsere Mitte geschickt was der eine nicht kann das kann der andere neulich erst nahm mir ein Bergmann die Picke aus der Hand als ich im Stollen unserer Gruppe schanzte und sagte dabei immer unten reinhauen Herr wusste bislang aber hier mitten in die blanke Landschaft gesetzt in der man sich plötzlich gezwungen sieht vor geschossen Schutz zu suchen sich vor Wind und Wetter zu bergen sich Tisch und Bett zu Zimmern Öfen und Treppen zu bauen lernt man bald die Hände gebrauchen man erkennt den Wert der Hand Arbeit um ein Uhr wird das Mittagessen in großen Gefäßen ehemaligen Milchkannen und Marmelade Eimern aus der Küche die in einen Keller Monchies eingebaut ist heraufgeholt die Verpflegung ist von militärischer Eintönigkeit aber noch reichlich vorausgesetzt dass die Essenholer nicht unterwegs Dunst bekommen und die Hälfte verschüttet haben nach dem Essen wird etwas geschlafen oder gelesen allmählich rücken auch die beiden Stunden heran die für den Grabendienst des Tages vorgesehen sind sie verlaufen bedeutend schneller als die der Nacht man beobachtet die wohlbekannte feindliche Stellung durch Glas oder Scheren Fernrohr und kommt auch öfters zum Schuss aus der Fernrohrbüchse gegen Kopfziele aber Vorsicht auch der Engländer hat scharfe Augen und gute Gläser Einen ein Posten stürzt plötzlich blutüberströmt zusammen Kopfschuss die Kameraden reißen ihm die Verbandpäckchen vom Rock und verbinden ihn hat der Kind Zweck mehr Willem Mensch Hei atmet doch noch Dann kommen die Sanitäter um ihn zum Verbandplatz zu tragen Die Bahre stößt hart gegen die winkligen Schulter Wehren Kaum ist sie entschwunden ist alles wieder beim Alten Einer wirft einige Schaufeln Erde über die rote Lache und jeder geht seiner Beschäftigung nach Nur ein Neuling lehnt noch mit bleichem Gesicht an der Verschalung Er müht sich Hänge zu fassen Das war ja so plötzlich so furchtbar überraschend Ein unsäglich brutaler Überfall Das kann ja gar nicht möglich nicht Wirklichkeit sein Armer Kerl Im Hintergrunde lauern noch ganz andere Dinge auf dich Oft ist es auch ganz nett Manche sind mit weitmännischem Eifer bei der Sache Mit dem Genuss von Kennern betrachten sie die Einschläge der Artillerie im feindlichen Graben Junge der saß Donnerwetter Sieh mal wie das spritzt Armer Tommy Da bleibt kein Auge trocken Gern schießen sie Gewehrgranaten und leichte Minen hinüber sehr zum Missvergnügen ängstlicher Gemüter Mensch lass doch den Blödsinn Wir kriegen gerade Pfeffer genug Das hindert sie aber nicht ständig darüber nachzudenken wie sie wohl am besten Handgranaten mit einer Art selbst erfundener Katapulte fortschleudern oder durch irgendeine Höllenmaschine das Vorgelände gefährden könnten Einmal schneiden sie vielleicht eine schmale Gasse in das Hindernis vor ihrem Posten stand um einen über diesen bequemen durchgang erfreuten Kundschafter vor ihre Flinte zu locken Ein anderes Mal schleichen sie sich nach drüben und binden eine Glocke an den Draht an der sie vom eigenen Graben aus mit einem langen Faden ziehen um die englischen Posten aufzuregen Ihnen macht der Krieg Die Stunde des Nachmittags Cafés kann manchmal recht gemütlich sein Oft muss der Fehnrich einem der Kompanieoffiziere dabei Gesellschaft leisten Es geht ganz förmlich zu Sogar zwei Porzellantassen schimmern auf der Tischdecke aus Sandsacktuch Nachher stellt der Bursche eine Flasche und zwei Gläser auf den wackeligen Tisch Das Gespräch wird vertraulicher Es ist merkwürdig dass auch hier der liebe Nächste als der willkommenste Gegenstand der Unterhaltung herhalten muss Es hat sich sogar ein üppiger Graben Klatsch entwickelt der bei den Nachmittagsbesuchen eifrig ausgebreitet wird bald wie in einer kleinen Garnison Vorgesetzte Kameraden und Untergebene werden einer gründlichen Kritik unterzogen und ein neues Gerücht hat im Nu die Zugführer Unterstände sämtlicher sechs Kampfabschnitte vom rechten bis zum linken Flügel durcheilt Die Beobachtungsoffiziere die mit Tor- und Skizzenmappe die Regimentsstellung abluchsen sind nicht ganz unschuldig daran Die Stellung der Kompanie ist ja nicht gänzlich abgeschlossen Es herrscht ein reger Durchgangsverkehr In den ruhigen Morgenstunden tauchen die Stäbe auf und verbreiten Geschäftigkeit Sehr zum Ärger des Frontschweins Das sich nach der letzten Wache gerade zur Ruhe gelegt hat und auf den Schreckensruf Der Divisionskommandeur ist im Graben wieder in vorschriftsmäßigem Anzug aus dem Stollen stürzt Dann kommen der Pionier der Grabenbau und Entwässerungsoffizier alle gebärden sich als ob der Graben nur für ihre Spezialarbeiten geschaffen sei Wenig freundlich wird der Artilleriebeobachter begrüßt der Sperrfeuer Probe halten will Denn kaum ist er wieder mit seinem Scherenfernrohr abgezogen dass er hier und dort wie ein Insekt seine Fühler geschäftig aus dem Graben streckt so meldet sich die englische Artillerie und der Infanterist ist immer der Leidtragende Ferner erscheinen die Führer des Vorkommandos und der Schanzabteilungen Sie Sie Setzen setzen bis zur Völligen Dunkelheit in den Unterstand des Zugführers trinken Grock rauchen spielen polnische Lotterie und machen zuletzt wie die Wanderratten reinen Tisch Spät Spanische Reiter und Sechs Stollen Rahmen Die Materialträger sind da So ist wenigstens an den ruhigen Tagen ein ewiges Kommen und Gehen das dem unglücklichen Stollenbewohner zuletzt den Seufzer entlockt wenn es doch nur etwas schießen wollte damit man endlich seine Ruhe hat In der Tat tragen ein paar schwere Brocken zur Erhöhung der Gemütlichkeit bei Man ist dann mehr unter sich und bleibt von dem lästigen Papierkram verschont Herr Leutnant darf ich mich verabschieden ich habe in einer halben Stunde Dienst draußen glänzen die Lehmwelle der Böschungen in den letzten Strahlen der Sonne der Graben liegt bereits in tiefem Schatten bald steigt die erste Leuchtkugel empor und die Nachtposten ziehen auf der neue Tag des Schützengraben Soldaten beginnt vom täglichen Stellungskampf So verliefen unsere Tage in anstrengendem Gleichmaß unterbrochen durch kurze Ruhezeiten in Duschi doch auch in Stellung bot sich manche schöne Stunde oft saß ich mit einem Gefühl behaglicher Geborgenheit am Tisch meines kleinen Unterstandes dessen rohe waffenbehangene Bretterwände an Wildwest erinnerten trank eine Tasse Tee rauchte und las während mein Bursche an dem winzigen Ofen beschäftigt war der den Raum mit dem Geruch gerösteter Brotscheiben erfüllte welcher Grabenkämpfer kennt diese Stimmung nicht draußen am Postenstande stampften schwere gleichmäßige Schritte eintöniger Zuruf erscholl wenn sich die Wachen im Graben begegneten das abgestumpfte Ohr hörte kaum noch das nie erlöschende Gewehrfeuer den kurzen Hieb auf Deckung schlagender Geschosse oder die Leuchtbügel die neben der Mündung des Lichtschachtes langsam verzischte und erlosch dann nahm ich mein Notizbuch aus der Kartentasche und schrieb in kurzen Worten die Ereignisse des Tages auf so entstand mit der Zeit als ein Teil meines Tagebuches eine gewissenhafte Chronik des Abschnitts C dieses kleinen winkligen Stückes der langen Front in dem wir zu Hause waren in dem wir längst jeden verwachsenen Stichgraben jeden verfallenen Unterstand kannten Um Um uns ruten in aufgetürmten Lehmwellen die Leichen gefallener Kameraden Auf jeder fußbreite Boden hatte sich ein Drama abgespielt Hinter jeder Schulterwehr lauerte das Verhängnis Tag und Nacht sich wahllos ein Opfer zu greifen Und doch empfanden wir alle eine starke Zugehörigkeit zu unserem Abschnitt waren fest mit ihm verwachsen Wir kannten ihn wenn er sich als schwarzes Band durch die verschneite Landschaft zog wenn die blumige Wildnis ringsum ihn zur Mittagsstunde mit betäubenden Gerüchen durchströmte oder wenn die spukhafte Blässe des Vollmondes seine dunklen Winkel umspannen in denen pfeifende Rattenscharen die ihr unheimliches Wesen trieben Wir saßen heiter an langen Sommerabenden auf seinen Lehmbänken wenn die laue Luft geschäftiges Klopfen und ein heimatliches Lied zum Feinde trug Wir stürzten über Gebälk und zerhackten Draht wenn der Tod mit stehlernder Keule auf die Gräben los kolbte und Träger Qualm aus zerrissenen Lehmwänden kroch Oft wollte uns der Oberst einen ruhigeren Teil der Regimentsstellung anweisen Jedes Mal bat die ganze Kompanie wie ein Mann im Abschnitt C bleiben zu dürfen Ich bringe hier einen Auszug der Beobachtungen die ich damals in den Nächten von Monchi niederschrieb 7. Oktober 1915 Stand in der Morgendämmerung neben dem Posten meiner Gruppe auf dem Schützenauftritt bei unserem Unterstand als ein Gewehrgeschoss dem Mann die Feldmütze von vorn bis hinten aufriss ohne ihn zu verletzen Zur selben Stunde wurden am Draht zwei Pioniere verwundet der eine Querschläger durch beide Beine der andere Schuss durchs Ohr Am Vormittag erhielt der linke Flügelposten einen Schuss durch beide Backenknochen Das Blut sprudelte in dicken Strahlen aus der Wunde Zu allem Unglück kam heute auch noch der Leutnant von Ewald in unseren Abschnitt um die nur 50 Meter vom Graben entfernt liegende Sappe N aufzunehmen Als er sich umdrehte um wieder vom Postenstand herunter zu steigen zerschmetterte ihm ein Geschoss den Hinterkopf Er starb augenblicklich lagen große Stücke des Schädelbeins Ferner bekam ein Mann einen leichten Schulterschuss 19. Oktober Der Abschnitt des mittleren Zuges wurde mit 15 Zentimeter Granaten beschossen Ein Mann wurde vom Luftdruck gegen einen Pfahl der Grabenverkleidung geschleudert Er erlitt schwere innere Verletzungen Außerdem durchschlug ihm ein Splitter die Armschlagader Im Morgennebel entdeckten wir beim Ausbessern unseres Drahtes vor dem rechten Flügel eine französische Leiche die schon Monate alt sein musste In der Nacht wurden beim Drahtziehen zwei unserer Leute verwundet Gutschmied Schüsse durch beide Hände und einen durch den Oberschenkel Schäfer Knieschuss 30. Oktober In der Nacht stürzten nach einem Wolkenbruch sämtliche Schulterwehren ein und verbanden sich mit dem Regenwasser zu zähem Brei der den Graben in einen tiefen Sumpf verwandelte Der einzige Trost war dass es dem Engländer auch nicht besser ging denn man sah wie aus seinen Gräben eifrig Wasser geschöpft wurde Da wir etwas erhöht liegen pumpten wir ihm auch unseren Überfluss noch hinunter Auch setzten wir die Fernrohrbüchsen in Tätigkeit Die herabstürzenden Grabenwände legten eine Reihe von Leichen aus den Kämpfen des vorigen Herbstes bloß 9. November stand neben dem Landsturmmann Wiegmann vor der feste Altenburg als ein weit herkommendes Geschoss sein Seitengewehr durchschlug das er sich über die Schulter gehängt hatte und ihn schwer am Becken verwundete Die englischen Geschosse mit ihrer leicht absplitternden Spitze sind die im Übrigen bietet der Aufenthalt in diesem kleinen mitten in der Landschaft versteckten Erdwerk in dem ich mit einem abgezweigten Halbzug liege größere Bewegungsfreiheit als die vordere Linie Wir sind gegen die Front durch eine sanfte Erhöhung gedeckt Hinter uns steigt das Gelände zum Walde von Ademfer an 50 Schritt hinter dem Werke liegt an einer taktisch nicht gerade günstig gewählten Stelle unsere Reitsitz Latrine Das ist ein auf zwei Böcken ruhender Hanebalken unter denen eine lange Grube gezogen ist Der Soldat liebt es hier ausgiebig zu verweilen sei es um die Zeitung zu lesen sei es um nach Art der Kanarien Vögel eine gemeinsame Sitzung zu veranstalten Hier ist die Quelle von allerhand dunklen Gerüchten die an der Front umlaufen und die dann auch gemeinhin als Latrinen Parolen bezeichnet werden In diesem Falle wird die Gemütlichkeit freilich dadurch gestört dass der Ort zwar nicht eingesehen wohl aber über die flache Erhöhung hinweg unter indirektes Feuer genommen werden kann Wenn der Höhenkamm ganz scharf überstrichen wird fahren unten in der Mulde die Geschosse in Brusthöhe vorbei und man ist in Sicherheit wenn man sich flach auf den Boden legt So kann es vorkommen dass man sich während ein und derselben Sitzung zwei bis dreimal mehr oder weniger bekleidet lang hinwerfen muss um eine Maschinengewehr Serie wie eine Tonleiter über sich hinweg streichen zu lassen Das gibt natürlich zu allerlei Späßen Gelegenheit Zu den Abwechslungen die gehört auch die Jagd auf mancherlei Tiere besonders auf die Rebhühner von denen eine zahllose Menge die verödeten Felder belebt In Ermangelung von Schrotflinten sind wir gezwungen uns nahe an die wenig scheuen Kochgeschirraspiranten heranzupirschen um ihnen mit der Kugel den Kopf abzuschießen da sonst von dem Braten wenig übrig bleibt Allerdings muss man sich davor hüten im Eifer der Verfolgung aus der Mulde heraus zu treten da man sich sonst aus einem Jäger in ein Wild verwandelt in dem man aus den Kampfgräben unter Feuer genommen wird den Ratten stellen wir hier mit starken Schlagfallen nach die Tiere sind allerdings so kräftig dass sie sich unter Geräusch mit dem Eisen zu entfernen suchen wir stürzen dann aus den Unterständen um ihnen mit einem Knüppel den Gar aus zu machen selbst für die Mäuse die uns das Brot benagen haben wir eine besondere Art der Jagd erfunden sie besteht darin dass das Gewehr mit einer bis auf wenige Pulverblättchen entleerten Patrone geladen wird die statt des Geschosses ein Papierkügelchen trägt endlich habe ich mir mit einem anderen Unteroffizier zusammen noch einen aufregenden wenn auch nicht ganz ungefährlichen Schießsport ausgedacht wir sammeln nämlich bei Nebel die großen und kleinen Blindgänger auf oft Dinger von fast Zentner Schwere an denen in der Gegend kein Mangel herrscht diese stellen wir in einiger Entfernung wie Kegel nebeneinander auf um sie hinter Schießscharten verborgen unter Feuer zu nehmen wir brauchen hier freilich keinen Scheibendienst denn ein Treffer also ein Schuss auf den Zünder kündet sich selbsttätig durch ein grässliches krachen an das sich noch bedeutend verstärkt wenn alle Neune getroffen sind das heißt wenn sich die Explosion auf eine ganze Serie von Blindgängern überträgt 14. November In der Nacht träumte mir ich hätte einen Schuss durch die Hand bekommen sah mich am Tage deshalb etwas vor 21. November Ich führte eine Abteilung Schanzer von der feste Altenburg in den Abschnitt C Der Landsturmmann Dina stieg auf einen Vorsprung der Grabenwand um Erde über Deckung zu schaufeln Kaum war er oben als ein aus der Sappe abgefeuertes Geschoss quer durch seinen Schädel schlug und ihn tot auf die Grabensohle warf Er war verheiratet und Vater von vier Kindern Seine Kameraden lauerten noch lange Zeit hinter den Schießschaden um Blutrache zu nehmen Sie weinten vor Wut Sie schienen in dem Engländer der das tödliche Geschoss abgefeuert hatte einen persönlichen Feind zu 24. November Ein Mann der Maschinengewehr Kompanie bekam in unserem Abschnitt einen schweren Kopfschuss Einem anderen von unserer Kompanie wurde eine halbe Stunde später durch Infanterie Geschoss die Backe aufgerissen Am 29. November rückte unser Bataillon für 14 Tage nach dem in der Etappe der Division gelegenen Städtchen Kéon das später eine so blutige Berühmtheit erlangen sollte um dort zu exerzieren und sich der Segnungen des Hinterlandes zu erfreuen Während unseres Aufenthaltes dort erfuhr ich meine Beförderung zum Leutnant und wurde in die zweite Kompanie versetzt Wir wurden schaunige Majestät bis in den grauenden Morgen regierte jeden Verstoß gegen die Etikette und seinen äußerst verwickelten Komment mit einer Bierrunde bestrafend Wir Frontleute kamen als Neulinge natürlich sehr schlecht dabei weg Am nächsten Tage sah man ihn dann nach dem Mittagessen meist leicht verschleiert im Dock-Card durch seine Ländereien fahren um den Nachbarkönigen bei kräftigen Backus-Opfer seinen Besuch abzustatten und sich so würdig für den Abend vorzubereiten Das nannte er einen Überfall machen Einmal geriet er in einen Zwist mit dem König von Archie und ließ durch einen berittenen Feld Gendarmen Feder ansagen Nach mehreren Kampfhandlungen während deren sich sogar zwei Abteilungen von Pferdeknechten aus kleinen draht befestigten Gräben mit Erdklumpen bewarfen war der König von Archie so unvorsichtig sich in der Kantine von Quéin an bayerischem Bier gütlich zu tun und wurde beim Besuch eines einsamen Ortes überrascht und gefangen genommen Er musste sich mit einer mächtigen Tonne Bier loskaufen So So endete der Orlog der beiden Gewaltigen Am 11. Dezember begab ich mich über Deckung in die vordere Linie um mich beim Leutnant Wethje zu melden dem Führer meiner neuen Kompanie die abwechselnd mit meiner alten Sechsten den Abschnitt C innehielt Als ich in den Graben springen wollte erschrak ich über die Veränderung die die Stellung während unserer 14-tägigen Abwesenheit erlitten hatte Sie war zu einer riesigen mit Schlamm gefüllten Mulde zusammengesackt in der die Besatzung ein traurig plätscherndes Dasein führte Mit Wehmut dachte ich schon bis zur Hüfte versunken an den runden Tisch des Königs von Kiron zurück Wir armen Fast alle Unterstände waren eingestürzt und die Stollen versoffen Wir mussten in den nächsten Wochen unausgesetzt arbeiten um uns nur etwas festen Boden unter die Füße zu bringen Vorläufig hauste ich mit den Leutnants Wedje und Boje zusammen in einem Stollen dessen Decke trotz der darunter gehängten Zeltbahn wie eine Gießkanne tropfte und aus dem die Burschen alle halben Stunden das Wasser mit Als ich am nächsten Morgen völlig durchnässt den Stollen verließ glaubte ich meinen Augen nicht trauen zu dürfen Das Gelände dem bisher die Einsamkeit des Todes ihren Stempel aufgedrückt hatte war nun wie ein Jahrmarkt belebt Die Besatzung beider Gräben war von dem Schlamm auf die Brust wehren getrieben und schon hatte sich zwischen den Draht verhauen ein lebhafter Verkehr und Austausch Zigaretten Uniformknöpfen und anderen Dingen angebahnt Die Menge kakifarbener Gestalten die den bisher so öden englischen Gräben entquoll wirkte verblüffend wie ein Spuk am hellen Vormittag Plötzlich fiel drüben ein Schuss der einen unserer Leute tot im Schlamm versinken ließ worauf beide Parteien maulwurf artig in den Gräben verschwanden Ich begab mich in den Teil unserer Stellung Sappe gegenüber lag und rief hinüber dass ich einen Offizier sprechen möchte Wirklich begaben sich einige Engländer zurück und brachten nach kurzer Zeit aus ihrem Hauptgraben einen jungen Mann mit der sich wie ich durch das Glas beobachten konnte von ihnen durch eine zierlichere Mütze unterschied Wir verhandelten zunächst in Englische dann etwas fließender in französischer Sprache während die Mannschaft ringsumher zuhörte Ich hielt ihm vor dass einer von uns durch einen hinterlistigen Schuss getötet sei worauf er antwortete dass das nicht seine sondern die Nachbarkompanie getan habe Ich Il y a Découchant aussi chez vous meinte er als einige aus unserem Nebenabschnitt abgefeuerte Geschosse in der Nähe seines Kopfes einschlugen worauf ich mich vorbereitete volle Deckung zu nehmen Wir erzählten uns jedoch noch viel in einer Weise die eine fast sportsmännische Achtung ausdrückte und hätten am Schluss zum Andenken gern ein Geschenk ausgetauscht Um wieder klare Verhältnisse zu bekommen erklärten wir uns feierlich den Krieg binnen drei Minuten nach Abbruch der Verhandlungen und nach einem guten Abend von seiner und einem Au revoir von meiner Seite gab ich trotzdem Bedauern meiner Leute einen Schuss gegen seinen Schutz Schild ab dem drüben sofort ein zweiter folgte der mir fast das Gewehr aus der Hand geschlagen hätte Zum ersten Male konnte ich bei dieser Gelegenheit das Zwischenfeld vor der Sappe übersehen da man sonst an dieser gefährlichen Stelle nicht einmal den Mützenrand zeigen durfte ich machte dabei die Beobachtung dass dicht vor unserem Hindernis ein Skelett lag dessen weiße Knochen aus blauen Uniformfetzen schimmerten an den englischen Mützen schildern stellten wir an diesem Tage fest dass uns das Regiment Hindusten Lester gegenüber lag kurz nach dieser Unterredung gab unsere Artillerie einige Schüsse auf die feindliche Stellung ab worauf vor unseren Augen vier Bahren über das freie Feld getragen wurden ohne dass zu meiner Freude von unserer Seite ein Schuss darauf abgegeben wurde Ich war im Kriege immer bestrebt den Gegner ohne Hass zu betrachten und ihn als Mann seinem Mut entsprechend zu schätzen Ich bemühte mich ihn im Kampf aufzusuchen um ihn zu töten und erwartete auch von ihm nichts anderes Niemals aber habe ich niedrig von ihm gedacht Wenn mir später Gefangene in die Hände fielen fühlte ich mich für ihre Sicherheit verantwortlich und suchte für sie zu tun was in meinen Kräften stand Die Witterung wurde gegen Weihnachten immer trostloser Wir mussten Pumpen im Graben aufstellen um des Wassers einigermaßen Herr zu werden Während dieser Schlammperiode stiegen auch unsere Verluste bedeutend an So finde ich unter dem 12. Dezember in meinem Tagebuch Heute wurden sieben von unseren Leuten in Dushy beerdigt und schon wieder zwei tot geschossen Und unter dem 23. Dezember steht Schlamm und Dreck nehmen Überhand Heute Morgen um drei Uhr sauste donnernd eine Riesenladung in den Eingang meines Unterstandes Ich musste drei Leute anstellen Die nur mit Mühe das Wasser ausschöpften Das Gießbach artig in den Unterstand floss Unser Graben versäuft rettungslos Der Schlick steht bis an den Nabel Es ist zum Verzweifeln Am rechten Flügel kommt ein Toter zum Vorschein Vorläufig nur mit den Beinen Den Weihnachtsabend verbrachten wir in Stellung und stimmten im Schlamm stehend Weihnachtslieder an die die von den Engländern ist recht recht ungemütlich Am fliegen. Jeder Atemzug sog die Luft durch die Halswunde in die Brust. Ich ließ ihn zurückbringen. Er starb einige Tage später im Lazarett. Bei diesem Fall, wie bei manchem anderen, empfand ich es besonders schmerzlich, dass der Getroffene nicht reden konnte und seine Helfer mit ratlosen Augen anstarrte wie ein gequältes Tier. Der Weg von Monchi zur feste Altenburg kostete viel Blut. Er führte am hinteren Hang einer unbedeutenden Geländewelle entlang, die vielleicht 500 Schritt hinter unserer vorderen Linie lag. Der Gegner, der durch Fliegerbilder den Weg als begangen, festgestellt haben mochte, machte es sich zur Aufgabe, ihn in unregelmäßigen Abständen mit Maschinengewehren abzukämmen oder Schrapnellladungen darauf zu schleudern. Obwohl ein Graben an ihm entlang lief und obwohl streng befohlen war, diesen Graben zu benutzen, schlenderte doch jeder mit dem gewohnheitsmäßigen Gleichmut des alten Soldaten ungedeckt im gefährdeten Bereich dahin. In der Regel ging es gut, aber ein oder zwei Opfer griff sich das Schicksal jeden Tag, und das fiel auf die Dauer doch ins Gewicht. Auch diesmal gaben sich wieder die verirrten Kugeln aus allen Himmelsrichtungen bei der Latrine ein Stelldich ein, sodass man oft gezwungen war, nur mangelhaft bekleidet und eine Zeitung schwingend ins freie Feld zu flüchten. Dennoch ließ man diese unentbehrliche Anlage ruhig am ausgesetzten Ort. Auch der Januar war ein Monat anstrengender Arbeit. Jede Gruppe entfernte mit Schaufeln, Eimern und Pumpen zunächst den Schlamm in der unmittelbaren Nähe ihres Unterstandes und suchte dann, nachdem sie sich festen Boden unter den Füßen geschaffen hatte, Verbindung mit den Nachbargruppen herzustellen. Im Walde von Adanfer, dem Standort unserer Artillerie, waren Holzfällerkommandos beschäftigt, junge Bäume der Äste zu entkleiden und in lange Scheite zu spalten. Die Grabenwände wurden abgeschrägt und mit einer festen Holztäfelung verschalt. Auch wurden zahlreiche Wasserlöcher, Sickerschächte und Abflüsse gebaut, sodass wir allmählich wieder erträgliche Verhältnisse bekamen. Besonders wirksam waren die Sickerschächte, die durch die wasserführende Lehmdecke getrieben wurden und so den Abfluss in die durchlässige Kreideschicht vermittelten. Am 28. Januar 1916 wurde ein Mann meines Zuges durch Splitter eines an seinem Schutzschild zerschellenden Geschosses in den Leib getroffen. Am 30. bekam ein anderer eine Kugel in den Oberschenkel. Als wir am 1. Februar abgelöst wurden, lag lebhaftes Feuer auf den Annäherungswegen. Ein Schrapnell fuhr vor die Füße meines ehemaligen Putzers von der 6. Kompanie, des Fusiliers Junge, explodierte aber nicht, sondern brannte mit langer Stichflamme aus, sodass er mit schweren Verbrennungen fortgetragen werden musste. In diesen Tagen wurde auch ein Unteroffizier der 6., den ich gut kannte und dessen Bruder vor einigen Tagen gefallen war, durch eine Kugelmine, die er gefunden hatte, tödlich verletzt. Er hatte den Zünder abgeschraubt und steckte, da er bemerkt hatte, dass das herausgeschüttete grünliche Pulver glatt abbrannte, eine glimmende Zigarette in die Öffnung hinein. Die Mine explodierte natürlich und brachte ihm über 50 Wunden bei. Auf diese und ähnliche Weise hatten wir nicht selten Verluste durch den Leichtsinn, den das Hausen zwischen Sprengstoffen mit sich bringt. Ein unbehaglicher Nachbar in dieser Beziehung war der Leutnant Pog, den ein einsamer Unterstand im verwickelten Grabengewirr hinter dem linken Flügel beherbergte. Er hatte dort eine Anzahl riesiger Blindgänger zusammengeschleppt und unterhielt sich damit, die Zünder abzuschrauben und wie kleine Uhrwerke in ihre Bestandteile zu zerlegen. Ich schlug jedes Mal einen großen Kreis um diese unheimliche Behausung, wenn mich mein Weg daran vorüberführte. Auch wenn die Leute die kupfernden Führungsringe von den Blindgängern meißelten, um sie zu Brieföffnern oder Armbändern zu verarbeiten, kam öfters etwas vor. In der Nacht vom 3. Februar waren wir, nach einer anstrengenden Stellungsperiode, wieder in Duschi angelangt. Ich saß am nächsten Morgen so recht in der Stimmung des ersten Ruhetages in meinem Quartier am Emmigplatz und trank behaglich Kaffee, als plötzlich ein Ungetüm von Granate als Auftakt zu einer schweren Ortsbeschießung dicht vor meiner Tür krepierte und mir die Fenster ins Zimmer warf. Mit drei Sätzen war ich im Keller, den auch die anderen Hausbewohner schon mit erstaunlicher Geschwindigkeit aufgesucht hatten. Da der Keller halb über den Boden gebaut und nur durch eine dünne Mauer vom Garten geschieden war, drängte sich alles in einen kurzen, engen Stollenhals zusammen, dessen Bau erst vor wenigen Tagen begonnen war. Zwischen den zusammengepressten Körpern drängte sich winselnd mein Schäferhund mit dem Instinkt des Tieres in die finsterste Ecke hinein. Weit in der Ferne hörte man in regelmäßigen Abständen eine Reihe matter Abschüsse, denen, wenn man ungefähr bis dreißig gezählt hatte, das pfeifende Heranheulen der schweren Eisenklötze folgte, das rings um unser Häuschen in krachenden Explosionen endete. Jedes Mal fuhr ein unangenehmer Luftdruck durch die Kellerfenster, Erdklumpen und Splitter prasselten auf das Ziegeldach, während in den Ställen die aufgeregten Pferde schnaubten und stampften. Dazu winselte der Hund und ein dicker Musiker schrie bei jedem Heranpfeifen laut auf, als ob ihm ein Zahn gezogen werden sollte. Endlich war das Unwetter vorüber und wir konnten uns wieder an die frische Luft wagen. Die verwüstete Dorfstraße war wie ein beunruhigter Ameisenhaufen belebt. Mein Quartier sah böse aus. Dicht neben der Mauer des Kellers war die Erde an verschiedenen Stellen aufgerissen. Obstbäume waren geknickt und mitten im Torweg lag höhnisch ein langer Blindgänger. Das Dach war arg durchlöchert. Ein großes Sprengstück hatte den halben Schornstein gekappt. Nebenan, in der Schreibstube, hatten einige handliche Splitter die Wände und den großen Kleiderschrank durchbohrt und die dort für den Heimaturlaub verwahrten Uniformen zerfetzt. Am 8. Februar bekam der Abschnitt starkes Feuer. Schon am frühen Morgen schoss die eigene Artillerie einen Blindgänger in den Unterstand meiner rechten Flügelgruppe, der zur unangenehmen Überraschung der Insassen die Tür eindrückte und den Ofen umwarf. Dieses so glimpflich abgelaufene Ereignis wurde durch eine Karikatur festgehalten, auf der sich acht Mann zugleich über den qualmenden Ofen durch die zerschmetterte Tür pressten, während der Blindgänger aus einer Ecke bösartig blinzelte. Ferner wurden uns am Nachmittag noch drei Unterstände zusammengeschossen, glücklicherweise dabei aber nur ein Mann leicht am Knie verwundet, da sich alles, bis auf die Posten, in die Stollen zurückgezogen hatte. Am folgenden Tag wurde der Fusilier Hartmann meines Zuges durch die Flankierungsbatterie tödlich in die Seite getroffen. Am 25. Februar wurden wir durch einen Todesfall, der uns einen vortrefflichen Kameraden entriss, besonders betrübt. Kurz vor der Ablösung bekam ich in meinem Unterstand die Meldung, dass soeben der kriegsfreiwillige Karg im Stollen nebenan gefallen sei. Ich begab mich dorthin und fand, wie schon so oft, eine ernste Gruppe bei der regungslosen Gestalt, die mit verkrampften Händen auf blutgetränktem Schnee lag, mit gläsernen Augen in den dämmernden Winterhimmel starrend. Wieder ein Opfer der Flankierungsbatterie. Karg war bei den ersten Schissen im Graben gewesen und sogleich in den Stollen gesprungen. Eine Granate schlug hoch oben auf dem gegenüberliegenden Grabenrand so unglücklich ein, dass sie einen großen Splitter in den eigentlich völlig gedeckten Stollenhals schleuderte. Karg, der sich bereits in Sicherheit wehnte, wurde am Hinterkopf getroffen. Er fand einen schnellen, unerwarteten Tod. Die Flankierungsbatterie war in diesen Tagen überhaupt sehr rege. Ungefähr stündlich gab sie eine einzige überraschende Salve ab, deren Sprengstücke genau den Graben abfegten. In den sechs Tagen vom 3. bis zum 8. Februar kostete sie uns drei Tote, drei schwer und vier leicht Verwundete. Obwohl sie höchstens 1500 Meter von uns entfernt an einem Berghang in unserer linken Flanke stehen musste, war es der Artillerie unmöglich, sie zum Schweigen zu bringen. Wir versuchten daher, durch Vermehrung und Erhöhung der Schulterwehren ihre Reichweite auf möglichst kleine Grabenstücke zu beschränken. Stellen, die von der Höhe aus eingesehen werden konnten, blendeten wir durch Gardinen aus Heu oder Zeugfetzen ab. Auch verstärkten wir die Postenstände durch Balken oder Platten aus Eisenbeton. Immerhin genügte der starke Durchgangsverkehr, um die Absicht des Engländers, sich hier und dort ohne besonderen Munitionsaufwand einen zu schnappen, zu begünstigen. Anfang März hatten wir den gröbsten Dreck hinter uns. Das Wetter wurde trocken und der Graben war sauber verschalt. Jeden Abend saß ich im Unterstand vor meinem kleinen Schreibtisch und las oder plauderte, wenn ich Besuch bekommen hatte. Wir waren mit dem Kompanieführer vier Offiziere und lebten sehr kameradschaftlich. Jeden Tag tranken wir im Unterstande des einen oder des anderen Kaffee oder aßen zu Abend, oft bei einer oder mehreren Flaschen, rauchten, spielten Karten und führten eine Landsknechtsunterhaltung dazu. Wenn es hoch herging, gab es Hering mit Pellkartoffeln und Schmalz, ein köstliches Essen. Diese gemütlichen Stunden wiegen in der Erinnerung manchen Tag voll Blut, Schmutz und Arbeit auf. Sie waren auch nur in dieser langen Stellungsperiode möglich, wo wir uns fest ineinander eingelebt und beinahe friedensmäßige Gewohnheiten angenommen hatten. Unser Hauptstolz war unsere Bautätigkeit, in die uns von hinten wenig hineinregiert wurde. In rastloser Arbeit wurde ein dreißigstufiger Stollen neben dem anderen in den lehmigen Kreideboden getrieben und durch Quergalerien verbunden, sodass wir bequem tief unter der Erde vom rechten zum linken Flügel unserer Züge gelangen konnten. Mein Lieblingswerk war ein sechzig Schritt langer Stollengang von meinem zum Kompanieführer unterstand, von dem sich rechts und links wie von einem unterirdischen Flur Munitions- und Wohnzellen abgliederten. Diese Anlage war während der späteren Kämpfe von Wert. Wenn wir uns nach dem Morgencafé, man bekam sogar fast regelmäßig die Zeitung nach vorn, frisch gewaschen, mit dem Zollstock in der Hand im Graben begegneten, verglichen wir die Fortschritte unserer Abschnitte, während sich das Gespräch um Stollenrahmen, Musterunterstände, Arbeitszeiten und ähnliche Themen drehte. Ein beliebter Gegenstand der Unterhaltung war der Bau meines Puffs, einer kleinen Schlafkoje, die von dem unterirdischen Verbindungsgang aus in die trockene Kreide getrieben werden sollte, als eine Art von Fuchsbau, in dem man selbst den Weltuntergang hätte verträumen können. Als Matratze hatte ich mir feinen Maschendraht zur Verkleidung der Wände besondere Sandsackstoffe zurückgelegt. Am 1. März platzte, als ich mit dem Landwehrmann Igmann, der bald darauf fiel, hinter einer Zeltbahn stand, ein Geschoss unmittelbar neben uns. Die Splitter fegten, ohne zu treffen, an uns vorbei. Als wir nachsahen, fanden wir, dass mehrere Eisenstücke von ekelhafter Länge und Schärfe die Zeltbahn zerschnitten hatten. Wir nannten diese Dinger Ratscha oder Kartetschen, weil man von ihnen nichts hörte, als eine Wolke von Splittern, von der man plötzlich umpfiffen war. Am 14. März schlug der Volltreffer einer 15-Zentimeter-Granate in unseren rechten Nachbarabschnitt, verwundete drei Mann schwer und tötete drei andere. Einer von ihnen war spurlos verschwunden, ein anderer ganz schwarz gebrannt. Am 18. wurde der Posten vor meinem Unterstande von einem Granatsplitter getroffen, der ihm die Backe aufriss und einen Ohrzipfel abschlug. Am 19. wurde der Fusilier Schmidt II am linken Flügel durch Kopfschuss schwer verwundet. Am 23. fiel rechts neben meinem Unterstande der Fusilier Lohmann durch Kopfschuss. Am selben Abend meldete mir ein Posten, dass eine feindliche Patrouille im Drahtverhau stecke. Ich verließ mit einigen Leuten den Graben, konnte jedoch nichts feststellen. Am 7. April wurde am rechten Flügel der Fusilier Kramer durch Gewehrgeschosssplitter am Kopfe verletzt. Diese Art der Verwundung kam infolge der beim geringsten Aufprall zerschellenden englischen Munitionen sehr häufig vor. Am Nachmittag wurde die Umgebung meines Unterstandes stundenlang mit schweren Granaten beworfen. Der Lichtschacht wurde zersplittert und bei jedem Aufschlag flog ein Hagel von hartem Lehm durch die Öffnung, ohne uns jedoch beim Kaffeetrinken stören zu können. Nachher hatten wir ein Duell mit einem tollkühnen Engländer, dessen Kopf über den Rand eines höchstens hundert Schritt entfernten Grabens schaute und der uns einer Reihe haarscharf gezielter Schüsse durch unsere Schießscharten pfefferte. Ich erwiderte das Feuer mit einigen Leuten, doch schlug sofort am Rand unserer Scharte eine sauber gezielte Kugel auf, die uns die Augen voll Sand spritzte und mich durch einen kleinen Splitter unbedeutend am Hals verwundete. Wir ließen jedoch nicht locker, indem wir auftauchten, kurz zielten und wieder verschwanden. Gleich darauf platzte ein Geschoss am Gewehr des Fusiliers Storch, dessen Gesicht durch mindestens zehn Splitter getroffen an vielen Stellen blutete. Der nächste Schuss riss ein Stück aus dem Rand unserer Schießscharte, ein weiterer zerschmetterte den Spiegel, mit dem wir beobachteten, doch hatten wir die Genugtuung, dass unser Gegner nach einigen genau auf der Lehmbank vor seinem Gesicht aufgeschlagenen Geschossen spurlos verschwand. Gleich darauf schoss ich mit drei Schuss Hartmunition den Schutzschild über den Haufen, hinter dem dieser rabiate Bursche immer wieder erschienen war. Am 9. April flogen zwei englische Flieger, wiederholt dicht über unsere Stellungen. Die ganze Besatzung stürzte aus den Unterständen und feuerte wie rasend in die Luft. Ich sagte gerade zum Leutnant Sievers, wenn nur die Flankierungsbatterie nicht aufmerksam wird, als uns auch schon die ersten eisernen Fetzen um die Ohren flogen und wir in den nächsten Stollen sprangen. Sievers stand vorm Eingang, ich riet ihm weiter hereinzukommen und klatsch, schlug ein handbreiter, noch dampfender Splitter vor seinen Füßen auf den feuchten Lehm. Als Zugabe bekamen wir etliche Schrapnellminen, deren schwarze Kugeln mit großer Wucht über unseren Köpfen zersplitterten. Ein Mann wurde an der Achsel durch ein Sprengstück getroffen, das kaum die Größe eines Nadelkopfes besaß und doch ziemliche Schmerzen bereitete. Ich pflanzte den Engländern dafür einige Ananase in den Graben, das heißt fünfpfündige Wurfminen, die in ihrer Form an diese köstlichen Früchte erinnerten. Es war stillschweigende Übereinkunft der Infanterie, sich auf das Gewehr zu beschränken und die Anwendung von Sprengstoffen wurde in doppelten Mengen heimgezahlt. Leider hatte der Gegner meist so reichlich Geschoss, dass er den längeren Atem behielt. Auf diesen Schrecken tranken wie in Sivas Unterstande einige Flaschen Rotwein, die mich unversehens so in Stimmung brachten, dass ich trotz hellem Mondschein über Deckung nach meiner Behausung zurückspazierte. Bald verlor ich die Richtung, geriet in einen riesigen Minentrichter und hörte im nahen feindlichen Graben die Engländer arbeiten. Nachdem ich durch zwei Handgranaten ruhestörend gewirkt hatte, zog ich mich eilig in unseren Graben zurück, wobei ich noch mit der Hand in den aufgerichteten Dorn einer unserer schönen Fußangeln fiel. Sie bestanden aus vier geschärften Eisenstacheln, die so angeordnet waren, dass einer von ihnen senkrecht stand. Wir legten sie auf den Schleichpfaden aus. In diesen Tagen herrschte überhaupt vorm Draht eine lebhafte Tätigkeit, die zuweilen eines gewissen blutigen Humors nicht entbehrte. So wurde einer unserer Patrouillengänger von einigen Leuten angeschossen, weil er stotterte und den Paroleruf nicht schnell genug herausbringen konnte. Ein anderes Mal stieg einer, der in Monchi bei der Küche bis Mitternacht gefeiert hatte, über das Hindernis und eröffnete ein selbstständiges Schützenfeuer gegen unsere eigene Linie. Er wurde, nachdem er sich verschossen hatte, hereingezogen und gehörig verbläut.